Mixing ist ein komplettes Handwerk, ist ein Beruf. Wir sind da irgendwie jetzt alle ausgebildet und da eingetaucht und Leute, die dann sagen, ja mach das doch selber so, das ist halt immer so eine Rechnung. Dann schmälerst du halt deine Karriere als Artist, wenn du eigentlich eher Artist sein willst, weil du kannst nicht beides so gut können. Wir haben halt jetzt wirklich seit über einem Jahr jeden zweiten Tag irgendwas auf TikTok gepostet. Wir haben insgesamt vielleicht 10.000 Follower über alle Kanäle verteilt, können beide davon leben so. Die meisten Kunden und so weiter kommen zu den Leuten, die am meisten Preis geben und am meisten Gratiswissen rausgeben, weil es einfach von Kompetenz zeugt. Templates sind ja vor allem in der Hardcore-Audio-Szene eigentlich eher so ein bisschen verrufen, sage ich mal. Nicht, dass du jetzt denkst, okay, du bezahlst da jetzt 165 Euro für dein komplettes Custom-Preset und am Ende klingt das wie Drake oder Travis Scott. So, das wird halt nicht passieren. Die Branche ist einfach nicht professionell und das ist das Problem, glaube ich. Was geht ab, Freunde? Herzlich willkommen zu einer neuen Folge vom Beatbreak-Podcast, dem Podcast von Producern für Producer. Mein Name ist Janiks, Faye ist wie immer mit dabei und wir haben heute zwei ganz besondere Gäste und zwar haben Noah und Elias von Template uns besucht. Die beiden haben ein ganz besonderes Business aufgezogen, nämlich sind die beiden absolute Experten, wenn es darum geht, ein E-Commerce-Business beispielsweise zu starten. Sie verchecken ihre Templates, sie geben Mixing-Kurse und haben sogar auch noch einen Mixing-Führerschein auf den Markt gebracht. All das erfahrt ihr in dieser Folge. Die beiden haben bei uns erzählt, wie sie sich eigentlich kennengelernt haben. Spannende Geschichte direkt an der SAE. Wir haben darüber geredet, was die häufigsten Anfängerfehler bei Mixing sind, wie ihr die fixen könnt. Ich glaube, es ist super viel drin für alle von euch, die vielleicht selber darüber nachdenken, aus dem Audio-Ding so ein bisschen ein E-Commerce, ein Online-Geschäft in irgendeiner Weise zu machen. Und es ist auch noch was drin für die Social-Media-Nerds unter euch, denn wir haben so ein bisschen darüber geredet, wie man eigentlich gute Videos auf TikTok macht, die dann auch performen. Wenn ihr unseren Podcast unterstützen wollt, dann werdet doch Teil des Ganzen bei Patreon. Ihr könnt unter anderem Fragen stellen, kriegt coole Sticker zugeschickt und werdet in dieser Folge oder in der nächsten Folge dann dementsprechend geschoutoutet. Genau, an dieser Stelle gehen ganz liebe Grüße und Shoutouts raus an unsere neuen Patreons. Und zwar sind das Catmaster, BMF und Manuel. Vielen, vielen Dank für euren Support. Ihr seid die Besten und jetzt viel Spaß mit der Folge. So, was geht ab? Die Jungs von Templates sind heute hier. Wie geht's euch? Das geht, das geht, das geht. Ja, witzig, ey. Ihr sitzt zu zweit vor der Cam. Ich glaube, Elias, dich sieht man gar nicht so oft, ne? Also, mir war auch gar nicht klar, dass ihr zu zweit seid, ehrlich gesagt. Nee, safe. Ich mache normalerweise nur so die Geschäftssachen im Hintergrund. Also, ich habe auch mit Noah zusammen Audio-Engineering studiert an der SAE, daher kennen wir uns auch. Aber ich mache eigentlich eher so die Projektplanung, so ein bisschen Kundenbetreuung und kümmere mich um neue Produkte für unseren Shop und so weiter und bin quasi so ein bisschen für die Zahlen und so weiter zuständig. Noah ist quasi eher so ein bisschen der, der das Künstlerische macht. Er arbeitet eher mit den Kunden zusammen. Man sieht mich eigentlich nur vor der Kamera in Streams. Wir machen so Bewertungs-Streams auf unserem TikTok-Account für unsere Community manchmal und die mache ich meist. Aber genau, sonst bin ich eigentlich nicht gerne vor der Kärme. Aber ich dachte, heute bietet es sich auch mal an, wenn man jetzt schon mal so eine Podcast-Einladung hier kriegt. Ja, voll. Ich glaube, es ist auch spannend für die Insights. Ich glaube, diese ganze Business-Seite ist auch super spannend für die Leute, die hier zuhören. Jetzt hast du gerade schon SAE angesprochen. Wie lange ist das her? Also, wann habt ihr euch da kennengelernt und wann habt ihr eure Abschlüsse auch gemacht? Wir haben 2022 unseren Abschluss gemacht, oder? Ja, müsste. Ja, also genau, wir haben 19 angefangen zu studieren dort. Nee, 21. 21 Herbst, ich und du früher 21. Stimmt, ja, die Zeit fliegt, ja. Genau, also wir haben 19 angefangen. Ich bin direkt nach dem Abi hin. Ich glaube, Noah auch. Und genau, dann geht es ja, je nachdem, wie schnell man das macht. Ich habe nur das Diplom da quasi gemacht. Die haben ja so drei Abschlüsse, das Diplom, den Bachelor und den Master. Und ich habe nur das Diplom gemacht und Noah hat noch den Bachelor dazu gemacht. Genau, und da haben wir uns quasi, ich war damals 17. Am Anfang waren wir auch noch überhaupt nicht so eng, also eigentlich lange nicht. Eigentlich kam das auch erst durch die Firma. Irgendwie war das, wir haben uns nie so richtig, nie so richtig krass viel Zeit miteinander verbracht oder so. Aber genau, theoretisch kennen wir uns, also seitdem ich 17 bin, du warst wahrscheinlich 18 zu dem Zeitpunkt. Genau. Und dann von da aus irgendwie, also ich meine, wie kommt man dann dazu, direkt eine Firma zu gründen? Das ist ja schon auch ein großer Step. Ich sage mal, der klassische Weg von so SAE-Absolventen, die ich jetzt so kenne, ist ja dann erstmal irgendwie ein Praktikum machen und mal langsam irgendwo einen Fuß in die Tür kriegen. Aber ihr seid dann direkt in die Selbstständigkeit gegangen. Ja, genau. Also ich hatte halt, also wir haben das beides eigentlich, also beide eigentlich eher aus der Motivation gemacht, unsere eigenen Artist-Karrieren voranzutreiben. Noah war eigentlich eher so Beat-Produzent und so und hat nebenbei auch so eigene Tracks gemacht. Aber sein Fokus war eher auf Beats-Produzieren und mein Fokus war eigentlich eher auf Rap quasi. Also ich habe meine eigenen, also ich mache seit ich zwölf bin Selbstmusik und das war quasi so meine Motivation, an die SAE zu gehen und mir dafür das Mixen quasi beizubringen und meine Jungs um mich rum so ein bisschen. Und genau, ich hatte dann halt irgendwann mal Anfang 2021, müsste es dann gewesen sein, so ein random TikTok-Video auf meinem Account hochgeladen, wo es darum ging, dass die meisten, wenn sie jetzt Beats von YouTube nehmen, zum Beispiel irgendwelche Freebeats eigentlich nicht so richtig wissen, was so ein Recording-Pegel eigentlich ist und dann einfach auf einen gemasterten Beat aufnehmen und das alles viel zu laut ist. Und damals ist das TikTok ziemlich krass gegangen. Das war mein erstes TikTok auf meinem Account und ich hatte überhaupt keine Ahnung, wie man vor der Camp spricht. Das war ultra trash eigentlich. Das ist noch oben, oder nicht? Ja, das müsste noch oben sein. Könnte einblenden. Könnte man noch einblenden, vielleicht kannst du mal rumschicken im Nachhinein. Aber genau, ich hatte quasi dieses TikTok gemacht und hatte dann über Nacht irgendwie auf diesem TikTok, was schon eher so ein Nischenthema ist. Eigentlich redet niemand so richtig über Recording-Pegel, habe ich das Gefühl. Und das war auch so eine Sache, die ich in der SAE auch erst gelernt habe, obwohl ich schon sechs, sieben Jahre Musik gemacht hatte. Und es hatte dann irgendwie 40.000 Views und ich hatte über Nacht irgendwie 1.000 Abonnenten und ich dachte mir, okay, krass, anscheinend ist da irgendwie schon Interesse da auf TikTok, um mal so ein bisschen über Mix- und Master-Stuff zu reden. Und dann dachte ich mir damals so, weil ich hatte mich zu der Zeit, ich habe mich immer schon so ein bisschen für Business interessiert und habe halt damals so, ich habe alle Sachen ausprobiert. Ich habe Krypto gemacht, ich habe Aktien gemacht, ich habe Dropshipping gemacht, ich habe alles probiert. Genau, und dann dachte ich mir, okay, wenn jetzt da so ein Interesse da ist, wie schafft man es da vielleicht irgendwie so ein bisschen Cash draus zu machen? Und das ist ja auch eine Sache, wo man auch Passion drin hat, so keine Ahnung, so Aktien und Dropshipping und Krypto so, hat mich interessiert. Aber es war jetzt halt nie so, ich bin eigentlich auch Musiker, ich wollte immer was damit machen. Und genau, dann dachte ich mir, okay, wie kann man da irgendwie ein bisschen Business draus machen und irgendwie vielleicht coolen Content bringen und daraus noch was rausschlagen für einen selbst. Und genau, dann kam ich quasi auf die Idee, das so zu überlegen, okay, was hätte ich am Anfang gerne gehabt irgendwie, was hätte mir geholfen als Musiker so, als ich jung war und noch überhaupt keine Ahnung hatte. Und dann, genau, bin ich darauf gekommen, dass es so Templates quasi im deutschen Raum eigentlich noch nicht so wirklich gibt, vor allem nicht professionelle. Es gibt immer so Künstler, die quasi dann so nebenbei um Kärch zu verdienen. So, keine Ahnung, wie heißt der OMG zum Beispiel, hat irgendwie so sein eigenes Künstlertemplate und bla, bla, bla. Aber eigentlich ist es ja eher so im amerikanischen Raum groß. Und es ist ja auch immer, es ist ja so eine Geschichte, so Templates sind ja vor allem in der Hardcore-Audio-Szene eigentlich eher so ein bisschen verrufen, sage ich mal. Natürlich auch mit gutem Grund, so es kann halt nicht für jede Stimme passen, es ist obvious. Genau, aber wir dachten uns so, oder beziehungsweise ich dachte mir damals so, ey, vielleicht irgendwie so geil educational Content auf TikTok machen und dazu quasi diese Templates anbieten mit der Education dazu, wie man vielleicht auch die selbst für sich weiterbauen kann, wie man das richtig nutzt und so weiter und so fort. Und ich hatte aber eigentlich keinen Bock, selbst vor der Camp zu sein, wie schon gesagt. Und dachte mir dann, okay, wen kenne ich, der da irgendwie vielleicht Bock drauf hätte, der auch Ahnung davon hat. Und dann habe ich quasi, habe ich erst noch einen anderen Homie angehauen aus der Uni, der hatte aber auch keinen Bock drauf. Und dann war quasi Noah die zweite Wahl. Und dann habe ich Noah angehauen, ihm die Idee erklärt und so ging es quasi los. Aber da war nochmal ein halbes Jahr Pause dann. Genau, wir hatten die Idee am Anfang 2021 und haben dann auch schon im März gegründet oder im April. Und erst im, ich glaube so Richtung Oktober oder so haben wir dann wirklich angefangen. Ja, aber du hattest das, ich war im Herbst fertig, da hattest du schon die Idee mal gehabt und das TikTok, glaube ich. Ja. Dann war ein halbes Jahr nichts, dann war irgendwie ja genau früher und dann haben wir gesagt, okay, wir machen das. Man kann es gar nicht so richtig rekapitulieren irgendwie, weil es war so, wenn ich jetzt darüber nachdenke, die Idee war da, dann war nichts. Und dann hat man es plötzlich gemacht einfach und das war in dem Moment, war so jeder Schritt halt irgendwie ein kleines Ding, der dann summiert sich dann so. Und dann war man plötzlich die GbR und dann hat man diesen Content gestartet, einfach an einem Tag plötzlich, seitdem wir dann alle zwei Tage was hochgeladen haben. Ja, das hat sich dann so hochgepegelt. Genau, am Anfang haben wir auch überhaupt keine Templates oder überhaupt keinen Online-Shop online gehabt, sondern, beziehungsweise wir hatten den Shop online, der sah auch grauenvoll aus. Aber wir haben in unseren TikToks erstmal überhaupt nicht das beworben oder so und auch bis heute probieren wir auf TikTok quasi wirklich einfach nur educational Mehrwert zu bieten so. Und da, also ab und zu packen wir da mal ein paar Ads rein, aber nicht paid. Und am Anfang, ich glaube, die ersten zwei Monate haben wir quasi wirklich einfach jeden zweiten Tag irgendein educational Video hochgeladen, das haben wir auch durchgezogen. Und ich glaube, nach zwei Monaten haben wir dann überhaupt erstmal erwähnt, dass wir Produkte und sowas haben, um auch erstmal so ein bisschen Glaubwürdigkeit zu schaffen und jetzt nicht einfach nur irgendein Unternehmen halt auf TikTok zu sein, sondern uns war schon von Anfang an wirklich wichtig, dieses Persönliche zu haben und zu zeigen, okay, so wir haben zwar unser Business, was dahinter steckt, aber wir wollen auch einfach Leuten helfen so. Und das war so die erste Motivation. Ja, krass. Also mega, mega komplex, also beziehungsweise euer ganzer Weg dahin, aber auch sehr, sehr mutig. Ihr seid ja, es gab ja dann diese Zwischenphase von den sechs Monaten, die ihr gerade angesprochen habt. Da habt ihr euch ja bestimmt auch ganz viel mit Templates, mit allen möglichen Sachen da drumherum. Du hast auch schon gerade ein paar andere Templates angesprochen. Was würdet ihr sagen, was unterscheidet ein gutes Template von einem schlechten Template, wenn man sich das kauft? Was habt ihr, was war euer Anspruch an euer eigenes Template? Also erstmal war es vor allem Stock-Plugins so, dass es jetzt nicht darum geht, okay, also vor allem unser ganze, unser Credo, sag ich mal, von dem Unternehmen, unser Branding ist schon diese Zielgruppe, wenn man es jetzt mit solchen Begriffen dann bezeichnet, von Leuten, die gerade anfangen oder sehr am Anfang sind, aber jetzt nicht unbedingt in das Engineering einsteigen wollen, sondern eben sich als Künstler einfach, weiß ich nicht, irgendwas erfüllen möchten in der Musik. Und wenn du natürlich, du hast ein gewisses Level an Songwriting-Skills oder machst auch schon coole Vocal-Performances, aber es klingt halt scheiße und es demotiviert, dann, wenn du dann sagst, okay, es klingt irgendwie wirklich richtig beschissen von der Qualität, wenn ich das dann aufnehme und mische. Und das war so mein Anspruch, dass ich sage, okay, wie kann ich diesen Leuten einfach ein geileres Erlebnis bieten? Es ist natürlich klar, dass ich dann mit diesen Stock-Plugins ein 10-Euro- oder 20-Euro-Preset jetzt kein High-End-Mix am Ende habe, aber dass ich einfach das Gefühl habe, okay, das klingt jetzt geil, das ballere ich mir jetzt selber danach 10 Mal im Auto und ich finde es immer noch gut und ich denke nicht, irgendwie, es klingt halt kacke. Und dann, das ist für mich die eine Sache, die das gut macht, das dann natürlich gut zu machen, ist die andere Frage, dass das so funktioniert. Das geht nie 100 Prozent. Aber die andere Sache ist natürlich dann der Preis und auch so ein bisschen eine Anleitung an die Hand zu geben, wie man das benutzt. Also nicht einfach nur, du kriegst da diese FST- oder FLP-Datei für FL Studio jetzt und ziehst die rein. Ich hatte mir damals auch mal so Presets aus dem amerikanischen Raum dann gekauft. mit einem Mousy oder was weiß ich. Und dann kriegst du diese FST-Drag-and-Drop-Datei und ziehst das auf den Mixer-Kanal und dann ist so, okay, und jetzt? Ja, ich glaube, was uns vor allem irgendwie so ein bisschen unterscheidet von anderen Leuten, die Presets machen, ist so die Kundennähe und die Kundenkommunikation. Wir sind da schon immer sehr, sehr schnell am Start und antworten irgendwie bis in die Nacht hinein und auch am Sonntag und auch am Wochenende und auch an Feiertagen und so. Halt auch für ein 10-Euro-Preset, was ja viele nicht machen, so verkauft, dann weg. Genau, und wir probieren immer da irgendwie quasi, also unser Hauptaugenmerk liegt ja wirklich auf der Kundenexperience, dass auch wenn Leute sich jetzt dieses Preset holen und es kann ja einfach mal passieren, dass es auf der Stimme dann nicht gut klingt, dann können die uns das auch schicken und wir sagen halt, ey, schick uns mal ein Soundbeispiel, zeig mal, wie du das reingezogen hast. Vielleicht hast du irgendwie in der Anleitung nicht den richtigen Eingangspegel beachtet. Vielleicht kannst du irgendwie, können wir dir empfehlen, wo man vielleicht bei dem EQ-Band noch irgendwie ein bisschen was rausdippt oder bei Multiband noch dies und das. Wir sind da wirklich bemüht quasi einfach für jeden eine geile Experience zu schaffen und ich glaube, das Wichtigste bei Templates und bei guten Templates machen, natürlich ist es auch wichtig, dass man es an vielen verschiedenen Stimmen testet, wenn jetzt zum Beispiel irgendein Künstler XY halt einfach das Preset verkauft, was er halt so für seine Stimme benutzt und das an keine andere Stimme irgendwie noch mal testet und guckt, wie man das so breit wie möglich irgendwie zur Verfügung stellen kann. Ich glaube, das ist immer noch so eine Sache. Wir testen das auch einfach an so vielen Stimmen wie möglich so, die in diesen Style passen. Und dann ist einfach wichtig die Kommunikation und die Anleitung, die man an die Hand gibt, weil gerade, also ich glaube, den größten Fehler, den unsere Kunden quasi machen, die wirklich keine Ahnung haben, ist, dass sie halt sowas wie Recording-Pegel und sowas nicht beachten und einfach irgendwie ultralaut aufnehmen und dann geht es halt in die Chain rein. Es übersteuert alles komplett weg und klingt noch viel schlimmer als vorher, obwohl wir natürlich in unserer, also wir haben immer so eine Anleitungsdatei dabei. Da steht es natürlich drin. Jetzt auch mit Videos sogar, ist viel besser. Genau, mittlerweile haben wir jetzt so Videos, so Anleitungs-Tutorial-Videos quasi zu jedem noch mit drin, aber viele schicken uns das dann einfach, es übersteuert komplett und dann sagen wir halt, ja, okay, dann nimm halt vielleicht mal auf minus 18 oder minus 15 oder minus 12 dB auf und dann klingt es auch... Wie es in der PDF steht, die How-To heißt, also die Leute lesen halt nicht mehr. Deswegen sind wir jetzt auch auf Videos umgestiegen, weil es heißt so, hä, wie soll ich denn das speichern und wie laut muss ich aufnehmen? Also das sind genau die zwei Dinge, die in dieser PDF stehen. Aber die Leute lesen nicht mehr heutzutage. Ich fühle das, ja, man verliert so ein bisschen, wenn man viel in diesem Audio-Kontext irgendwie drin ist. Ich merke das auch bei mir immer wieder, ich verliere halt voll den Bezug dazu, wie schwierig das für manche Leute ist. Also auch, ne, nicht jeder ist halt irgendwie super into Computer und wenn du dem sagst, drag and drop, dann wissen auch manche gar nicht hier, was damit gemeint ist und so. Und dieses Pegel-Thema halt auch, wie oft saß man schon irgendwo daneben und hat gesehen, wie Leute so einen Beat in einen FL reinziehen, der halt einfach auf plus zwei irgendwie piekt so und dann da oben drauf recorden und einfach halt ihr Focusrite auf Full-Gain stellen. Ja gut, da kann dann halt auch nichts Gutes mehr bei rauskommen. Aber das muss man den Leuten erklären, weißt du? Also für uns ist das offensichtlich, weil wir so viele Jahre jetzt irgendwie alle unterwegs sind. Aber ein Anfänger checkt das halt nicht, ne? Ne, klar, es fängt schon an bei Zip-Export, da haben wir auch mal so ein ironisches Video gemacht, weil viele dann irgendwie in Windows, ich verstehe da Windows auch nicht, du kannst ja eine Zip öffnen, ohne sie zu exportieren. Ja. Warum auch immer und dann sind die Leute halt so, das funktioniert dann aber nicht mit einem anderen, mit dritten Programmen, du kannst es nicht wirklich öffnen, du kannst nur reingucken. Ja. Und da haben wir auch dann tausend Beschwerden gehabt, dass das nicht funktioniert. Ja, dass es einfach nicht funktioniert und dann meinen wir so, jo, schick mal bitte Video davon, wie du probierst, das zu öffnen. Und man sieht einfach, dass er probiert, in der Zip das zu öffnen einfach und nicht diese Zip exportiert. Und man denkt es halt so, ja, also... Ja, da fängt es an, dass man das so am Anfang realisiert hat, okay, wir müssen noch viel mehr an die Hand geben, was das angeht. Das, finde ich, ist aber auch immer so ein Problem, was bei vielen Templates oder wie sie beworben werden, dann ein großes Problem ist, weil viele das dann auch immer so bewerben. Keine Ahnung, wir nehmen jetzt mal das Lil Mosey-Beispiel. Ähm, du hast das Ding, du ziehst es einfach nur rein und dann ist dein Sound chart-ready und du kannst hier schon komplett die goldenen Schallplatten absahnen. Was sind da so die Versprechungen, die ihr euren Leuten macht? Oder beziehungsweise, wenn ich jetzt bei euch was kaufe, was kann ich da erwarten? Also erst mal von Werbung haben wir auch verschiedene Approaches, wie wir das machen, aber wir fangen auch so an, wie du es gesagt hast, nur sagen wir dann nicht, du kannst da mit Chart-ready sein, sondern du kannst es statt so, so klingen. Also wir geben einfach nur das Beispiel an die Hand, was du dann dazu denkst, deine Sache, aber es ist erst mal eine cleane Vocal oder das sind ja alles so Begriffe, cleane Vocals, trappige Vocals, crisp. So diese Sachen, die sind auf jeden Fall, damit kannst du dann rechnen. Ja. Und wenn nicht, eben mit dem Kundensupport, also wir sagen auch immer überall, ihr könnt uns hier, 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 WhatsApp, Instagram, Discord erreichen. Das machen die Leute auch, was ich cool finde, meistens. Ja. Aber ja, wir machen jetzt nicht so, also wir überlegen es eigentlich immer mit Soundbeispielen, da schreiben dann auch Leute erst irgendwie gar nicht so krass, dann sagen wir, okay, ja cool, ist deine Meinung, klar. Ja. Aber dann ist das vielleicht auch nichts mehr für dich, dann bist du schon weiter vom Level her oder so. Ja, das ist ja, ich meine, Werbung ist halt immer so eine, ist halt immer so eine Sache, weil du, wenn man auch sagen muss, gerade bei Templates, es kommt halt einfach am Ende schon natürlich sehr darauf an, wie gut du aufnimmst und ob deine Stimme da jetzt passt oder nicht. Und wir haben Templates, da ist es halt zum Beispiel unsere Waves-Templates, die sind schon deutlich, also die sind quasi mit Wave-Plugins only. Normalerweise, wir haben ja nur mit Stock-Plugins angefangen und haben jetzt quasi so ein bisschen für advancedere Leute oder Leute, die sich halt dann schon Waves-Plugins geholt haben oder Färbfilter jetzt auch, so ein bisschen bessere Chains gemacht, die dann natürlich einfach deutlich, deutlich besser klingen als jetzt mit irgendwelchen FL-Stock-Plugins so. Und da ist es teilweise wirklich so, wenn wir die auf eine Vocal raufgezogen haben, da waren wir so, ja okay, so der Mix steht jetzt eigentlich basically, vielleicht macht man halt noch Automation, bisschen kreativ, macht jetzt, passt da vielleicht noch irgendwie ein, zwei Parameter an. Aber klingt basically schon fertig so. Und das funktioniert auch für viele andere so. Wir haben auch viele Kunden, die sagen, ey, ich packe mir da eure 20-Euro-Chain drauf und dann tweake ich noch irgendwie Reverb je nach Song und dann geht das Ding raus und funktioniert. Und ich finde, das reicht mir als mein Release-Anspruch, weil ich habe nicht das Geld jetzt zu einem Engineer zu rennen für 200 Euro pro Song. Und dafür reicht mir die Qualität vollkommen aus, um zu releasen. Da hat halt auch quasi jeder, je nach Budget vor allem, seine eigenen Ansprüche. Aber... Ja, das war immer so eine Rechnung, also Zeit. Ich meine, Mixing ist ein komplettes Handwerk, ist ein Beruf. Wir sind da irgendwie jetzt alle ausgebildet und da eingetaucht. Und Leute, die dann sagen, ja, mach das doch selber so. Das ist halt immer so eine Rechnung. Dann schmälerst du halt deine Karriere als Artist, wenn du eigentlich eher Artist sein willst, weil du kannst nicht beides so gut können. Und da muss man sich immer entscheiden. Und dann sind das, finde ich, immer sehr... Eigentlich, wenn man darüber nachdenkt, krasse Kompromisse. Ich meine, du gibst jetzt nicht 400 Euro für dieses Template aus, sondern eben 25 oder wenn es eine custom, eine personalisierte Chain auf dich ist, höchstens 160 einmalig oder 165. Komplett Mixed Master. Und hast die dann immer und kannst damit deinen Spaß haben oder es auch wirklich ernster nehmen und das als Demo-Tool nutzen, um coole Demos damit zu machen, wenn du dann wirklich mal irgendwann dann weitermachen möchtest. Aber es ist eigentlich in keinster Weise irgendwie so ein Loose, würde ich sagen. Das, was du gerade meintest mit den Custom Chains, das finde ich super spannend. Und ich glaube, da können auch viele Leute was draus lernen, weil ich meine, also guck mal, der Prozess ist ja, du kriegst halt irgendwie von einem Artist einen Song geschickt und im Prinzip macht ihr ja dann einen ganzen Mix. Und das Ding ist halt nur, dass ihr hinterher quasi eure Mixed Chain nochmal exportiert und die dann quasi das Produkt ist. Und das ist eigentlich voll das Win-Win-Ding, weil für euch ist das irgendwie ein Upsell nochmal. Also da können sich, glaube ich, viele Mixing Engineers auch eine Scheibe von abschneiden, weil du hast sowieso, wenn du verschiedene Kunden hast und für die verschiedenes Mixing machst, du erstellst diese Templates sowieso für dich. Die sind eh da. Und ihr schickt die halt dann nur einfach irgendwie mit raus, statt die für euch zu behalten. Ja, das muss man noch ein bisschen differenzieren, weil wenn mir jetzt ein Kunde sagt, ich mache seit zwei Wochen Musik, ich habe FL Stock, Producer Edition, dann ist das keine Mixed Chain, die ich so mache einfach. Also das ist schon deutlich schwieriger am Anfang für mich gewesen, als meine Routine mit Fabfilter hier, Soothe da drauf und zack, zack, ich habe in zehn Minuten mein Vocal Processing und der Rest ist dann kreative Effektarbeit und so. Und der andere Teil Editing in so einem normalen Mix. Und da ist es dann wirklich teilweise extrem schwierig zu adaptieren. Also anfänglich war das echt eine krasse Herausforderung. Dann sagt mir einer, okay, ich habe Cubase 11 Artists. Da muss ich erst mal gucken, was ist da drin. Ich habe nur sechs oder acht Slots für jeden Channel. Ich habe verschiedene Plugins nicht, Multiband-Kompression und sowas. Und dann kommt der nächste mit... Audacity. Audacity haben wir noch nicht zu Glück. Was waren das letzte? Bitwig-Studio. Letzte Woche habe ich ein Bitwig-Ding gemacht. Ziemlich geil, underrated. Wollte mir auch nochmal ein Video zu machen. Die ist sehr, sehr krass, wie der wäre eigentlich. Hat sich sehr gut angefühlt. Aber genau solche Sachen. Also das war doppelt so schwer, wenn man es jetzt mal so banal sagt, wie wenn ich einfach eine Vocal kriege und die sagen, mach den Mix. Sollen wie der und der klingen. Und dann mache ich halt das mit meinen Tools. Aber FL Stock zum Beispiel ist da der Albtraum. Logic Stock und so viel cooler. Cubase, Studio One geht auch alles. Aber genau, das ist dann doch nochmal was ganz anderes als einen persönlichen oder als einen Mix. Also je nachdem einfach, was die Leute für Tools halt schon mit einem mit zur Hand geben. Ja klar. Und sich halt natürlich darauf anpassen irgendwie. Aber ja. Das ist krass adaptierend. Welche Plugins bei Footiloops, weil du es gerade angesprochen hattest, wo du sagst, das ist ab und zu Katastrophe. Welche Stock-Plugins nerven dich da am meisten in der Umsetzung? Multiband und De-Essing geht gar nicht. Fast. Also wenn die Aufnahme ein bisschen scharf oder spitz oder halt USB oder was auch immer für ein Mikro. Einfach teilweise auch NT1-A, was da so 11.000 Hertz oder so diese Überbetonung hat. Da wird es dann schon schwierig. Manchmal funktioniert es super. Mit diesem Maximus mache ich das dann oft. Manchmal geht es gar nicht. Und dann gibt es ja noch diese Patcher-Presets. Juli, wie heißt denn das? Gibt es auch so einen DSer, der funktioniert auch manchmal ganz okay. Und der Multiband-Kompressor eben, den packst du drauf und es klingt erst mal 40 Mal beschissener. Aber ich denke, was haben die da gemacht? Also wirklich, dieser Multiband ist krass. Auf der anderen Seite gibt es sehr geile Plugins wie Soft Clipper und Saturation, Distortion, diese Bloody Blood Overdrive und so Sachen. Ich finde der Verb klingt auch gut. Und der EQ, der Reverb klingt cool. Die Delays sind geil, mega viele Möglichkeiten. Das ist wie dieses H-Delay quasi. von Waves. Aber ja, da gibt es dann immer so, auch jeder Aufnahme, manchmal so Punkte in der Chain, wo ich denke, oder ich höre schon die Rohaufnahme und denke, oh, das wird richtig hart jetzt. Vor allem, wenn dann die Anforderung ist, irgendwie ein cleanes Low-End und dann hast du da einfach so viel Raum und kannst dich Multiband und so. Ja, es ist auch einfach je nach Kunde natürlich unterschiedlich so. Ich meine, wenn du jetzt irgendwie jemanden hast wie Noah, jetzt meint irgendwie, der macht seit zwei Wochen Musik, hat sich sein USB-Mic in sein Badezimmer gestellt, so mäßig. Und sagt, ich möchte wie Travis Scott klingen, so, dann ist natürlich auch, ich meine, das ist ja prinzipiell immer, auch wenn du jetzt einen normalen Mix & Master für jemanden machen musst, klar, wenn du jetzt Stockplugins hast, ist es noch viel schwieriger, gerade mit FL. Aber es ist halt immer so eine Sache der Kommunikation, dann auch am besten irgendwie so früh wie möglich zu sagen, ey, wir holen da das Beste raus und schau mal, wir müssen dich über deine Situation so ein bisschen belehren, was du erwarten kannst jetzt. Nicht, dass du jetzt denkst, okay, du bezahlst da jetzt irgendwie, 165 Euro für dein komplettes Custom-Preset und am Ende klingt es wie Drake oder Travis Scott. Das wird halt nicht passieren, wenn du uns solche Sachen an die Hand gibst. Und wenn man so kommuniziert, dann führt das auch selten zu Problemen, sage ich mal. Die Leute sind da ja auch, die verstehen das ja auch, die wollen das Beste rausholen. Und viele sagen dann auch, ja, okay, so, was kann ich mir denn vielleicht für ein Mikrofon holen? Oder wie kann ich meinen Raum optimieren? Oder wie kann ich meinen Aufnahmeprozess irgendwie ein bisschen geiler gestalten, dass am Ende wir zu einem besseren Ergebnis kommen? Ja, also bis jetzt erstaunlich wenig, dass das so, ich dachte, da hatte ich auch voll Angst vor. Ich dachte, okay, jetzt zahlen die mir da 160 Euro. Gerade am Anfang, als wir das gemacht haben, eine Menge Geld kriegst du das erste Mal für dein gerade frisch erlerntes Handwerk. Irgendwie dann so viel Geld und hast du diesen Druck. Und da hatte ich viel mehr Angst vor. Also es kam echt wenig zu, solchen Situationen, wo dann Leute sagen, nee, das klingt gar nicht, wie ich es mir vorgestellt habe. Also vielleicht viermal, dass es wirklich so bis zum Ende hin immer noch nicht geil war oder dreimal wirklich bis zum Ende, wo Leute gesagt haben, okay, wir müssen nicht weiterarbeiten, so, gefällt mir jetzt nicht so, aber da kann man jetzt nichts machen. Das hatten wir zwei, drei Mal. Ja, das ist schon okay. Also die Leute wissen schon auch, wo sie sind und wenn sie anfangen gerade und so. Meistens. Was ist denn so an der Plug-in-Front? Also ich meine, Stock-Plugins sind cool mittlerweile. Was sind denn für euch so die wichtigsten Upgrades? Ich sage mal, wenn jetzt hier jemand zuhört, der gerade noch komplett mit Stock-Plugins arbeitet. Soothe hast du gerade schon angesprochen. Das ist, glaube ich, immer ein gutes Investment, was man allen empfehlen kann. Was sind für euch noch so Bread-and-Butter-Plugins, die ihr eigentlich den Leuten so empfehlen würdet, wenn es geht? Also ich würde Soothe sogar erstmal hinten anstellen. Erstmal wegen des Preises. Und zweitens, weil ich denke, es gibt erstmal andere Sachen. Bis man versteht, wie man Soothe einsetzt, würde ich sagen, braucht man eher noch das Verständnis für die Frequenzen mehr. Also bei mir war es so, ich hatte Soothe eine Weile, vor anderthalb Jahren oder so, zwei Jahren, auch dann immer genutzt. Und irgendwann, als sich mein Ohr sich auch weiterentwickelt hat, dachte ich, boah, das bringt da so eine Verzerrung rein. Das macht es irgendwie immer nur schlechter. Ich kriege es nicht hin, das richtig zu benutzen. Und dann habe ich es beiseite gelegt und dann, jetzt ist gar nicht so lange her, vielleicht ein halbes Jahr, dreiviertel Jahr, wieder angefangen zu nutzen für einen ganz bestimmten Zweck. Weil ich hatte da ein Problem. Also es waren so diese 150, 170, 200 Hertz in Vocals, die doch viel mehr raus müssen, als ich immer dachte. Man entwickelt sich ja selber auch immer irgendwie mal weiter. Und da hatte ich kein richtiges Tool. Wenn ich es statisch oder dynamisch EQt habe, war es mir immer zu viel. Also zu Telefonfilter ich dann, die Vocal. Wenn ich es mit Multiband gemacht habe, war es irgendwie so zerdrückt, zerquetscht. Und da habe ich dann wirklich immer nur ein Soothe-Band, was wirklich bis 200, 250 Hertz geht. Der Rest wird gar nicht beeinflusst. Und da habe ich dann wirklich so einen dicken Dip immer drin. Zum Beispiel, also was ich dann jetzt Plugin-mäßig auf jeden Fall sehr geil finde, ist erstmal Waves. Weil das kann man erstmal ausprobieren immer, ohne sich voll zu ärgern. Wie jetzt bei Färbfilter vielleicht, was dann doch schon mal deutlich teurer ist. Also Waves, CLA-2A, der L76, CLA-76. So Effekte, Reverb, Delay bin ich eigentlich erstmal gar nicht so Fan von. Da sind die Stocksachen meistens absolut ausreichend. Ich finde auf jeden Fall, was so einer der Reverbs war, die ich mir früh geholt habe, ist auch der absolute Classic. Das Valhalla, der Valhalla Vintage-Verb. Ich finde gerade, wenn man so ein bisschen, also wenn man jetzt harten Rap macht, vielleicht eher weniger. Aber gerade bei so poppigen oder atmosphärischen Sachen ist es schon ziemlich geil. Ich habe früher auch so Pop-R'n'B eher gemacht und das war schon ein crazy Upgrade so von der Atmosphäre der Werbung. Ja, das ist bei diesen Plugins meistens ist es ja so, du kriegst es mit einem Stock-Plugin auch hin. Vielleicht eine Kombination aus mehreren Plugins. Aber du packst halt Valhalla drauf und es ist halt auf Default, klingt es halt geil. Du musst es draufpacken und es klingt halt gut. Was halt so ein bisschen auch wieder diese Template-Geschichte so widerspiegelt, finde ich. Alles ist machbar, aber du willst es halt nicht unbedingt, diese Arbeit und Zeit reinstecken, das rauszufinden. Und so finde ich auch bei Fabfilter zum Beispiel, das sind ja alles transparente Plugins meistens, die digital irgendwie nur zu chirurgischen Zwecken in den meisten Fällen genutzt werden, weil man einfach sehr präzise und sehr handy arbeiten kann. Dann Fabfilter, Pro-Q, da bin ich, weiß ich nicht, zwei Minuten durch, höchstens, weil man einfach Doppelklick hier, dann Doppelklick unten für Low-Cut und man hat so diese Tools, die super geil sind. Wenn ich jetzt an den Pro-Tools-EQ denke oder, weiß ich nicht, die meisten Stock-EQs, der von Ableton ist die Fan, der von Bitwig ist ziemlich geil gewesen und der von FL Studios geil, der parametrische 2. Da kommt man ähnlich schnell so voran, weil das einfach super handy ist, aber wenn man da am Rädchen drehen muss, Q-Faktor, da muss man immer gucken, runter, Frequenz. Es geht auch so, es geht absolut. Man kommt zu ähnlichen Ergebnissen, aber es ist halt diese Effizienz, dieses Handliche, was da irgendwie, finde ich, eine sehr große Rolle spielt, warum man vor allem Plugins upgradet. Dann gibt es natürlich LA2A und so diese ganzen färbenden Sachen, das ist dann nochmal eine andere Abteilung. Aber so, um das Handwerk ein bisschen zu lernen, würde ich sagen, ja, ist Fabfilter ziemlich cool und zusätzlich dann diese Wave-Sachen, der F6 ist auch ganz okay. Naja, ich würde sagen, eine der Pluginsachen, die mich prinzipiell am allerkrassesten auf ein anderes Level gehoben haben, da haben auch übelst viele Leute irgendwie Angst vor, so vor Multiband-Kompressoren, weil man natürlich auch hart mit verkacken kann und viele sind sowieso schon mit Kompressionen erstmal überfordert und wissen nicht, wie benutze ich einen Kompressor und wofür ist der da. Und dann auch noch Multiband, dann ist alles vorbei, so war es bei mir zumindest früher und ich glaube, bei vielen anderen ist es auch so. Aber als ich so das erste Mal gecheckt habe, was man vor allem in den Mitten machen kann mit einem Multiband-EQ für Vocals vor allem, das war schon eine Revolution in meinem Mixing-Game. Und bis heute mache ich das eigentlich so, dass ich, also ich habe mir mittlerweile, Noah benutzt den Multiband ein bisschen ausgiebiger, sage ich mal, mit mehr Bändern, aber ich packe eigentlich, wenn ich Multiband benutze, gerade in Vocals, einfach nur in die Mitten ein Band, was einfach die Mitten ein bisschen komprimiert, auch überhaupt nicht hart oder so und das war es vom Multiband und das klingt instant tausendmal geiler. Also man soll das auch nicht overdoen so und das funktioniert immer ganz geil für mich. Einfach ein Mittenband rein, was wirklich die kompletten Mitten abdeckt und dann ist gerade so bei diesen ganzen Home-Studio-Aufnahmen und diese ganze Haarschnässe in den Mitten und so weiter, ist einfach weg. Dieses Rohe, dieses Ruffe, was da so... Ja, und das ist auf jeden Fall eine Sache, die ich auf jeden Fall empfehlen kann, wenn man jetzt keinen guten Stock-Multiband hat, da mal irgendwie ein bisschen Geld hinlegen. Ich habe die von Waves nicht ausprobiert. Der C4 ist ziemlich geil, auch den packst du auf Default drauf und der klingt auch schon besser. Ja, den habe ich tatsächlich noch nie benutzt, aber Noah benutzt vier Waves und ich hatte ziemlich früh das Privileg, mir die Färbfilter-Sachen zu holen und habe dann einfach den MB darauf gepackt und bin auch bei Färbfilter immer geblieben und habe da gar nicht mehr viel weiter rumprobiert. Aber sich einen guten Multiband am Anfang zu holen, ist auf jeden Fall so meine absolute Empfehlung. Sich früh daran zu trauen, ja, bei mir war es auch so, ich dachte immer Multiband, ich verstehe Kompression nicht, es ist wahllos, wie ich da rumdrehe, wie soll ich das jetzt frequenzabhängig irgendwie hören und einstellen. Jetzt haben wir ganz viel über Plugins geredet. An der Stelle ein kurzer Hinweis in eigener Sache und zwar habe ich mit meinem guten Freund Olli zusammen eine Preisvergleichsseite für Plugins entwickelt. Das ganze Ding heißt pluginplug.io. Auf der Seite könnt ihr für eure Lieblings-Plugins die Preise vergleichen und schauen, wo es das Ganze gerade zum besten Preis zu kaufen gibt. Wenn euch das immer noch ein bisschen zu teuer ist, dann habt ihr die Möglichkeit, euch euren eigenen Custom-Preisalarm zu setzen, an dem ihr sagt, wie viel Geld ihr bereit seid für das Plugin zu bezahlen. Dann gebt ihr eure E-Mail an und sobald das Plugin, was ihr euch da ausgesucht habt, unter den gesetzten Preis fällt, dann bekommt ihr von uns eine E-Mail und bekommt Bescheid, wo ihr das gerade kaufen könnt. In den Shownotes zu dieser Folge findet ihr außerdem einen Link, in dem alle Plugins aufgelistet sind, die in dieser Folge erwähnt werden. Das heißt, da könnt ihr schauen, was die Sachen, über die wir hier reden, gerade kosten und vielleicht direkt das ein oder andere Plugin mitnehmen. Wenn ihr Bock drauf habt, checkt die Seite auf jeden Fall aus, pluginplug.io. Und jetzt geht es weiter mit der Folge. Jetzt haben wir ja schon Kompression als so eine klassische Fehlerquelle identifiziert oder auch einfach zu laute Aufnahmen. Was sind ansonsten noch Fehler in Mixes, die euch immer wieder präsentiert werden? Es gibt immer diesen Moment, wo man versteht, wo das High-End ist, wo der Crisp sich befindet. Dann drehen viele einfach Fresh Air zum Beispiel geisteskrank rein. Auf 80 Prozent, wo man denkt, okay, wo das dann nur noch so, das kann man gar nicht beschreiben. Es ist so dieses Sandstein-Körnige. Es ist ja auch dann auf diesem Level, gerade wenn die Aufnahme nicht ganz so hochwertig ist, vor dem Mikrofon einfach und Preamp, dass das dann so körnig irgendwie klingt, so halt billiger als vorher. Und ich benutze es tatsächlich auch relativ häufig in Chains, wenn ich nicht Slate, diesen Schimmer, da benutze. Den hatte ich auch entdeckt, können wir auch nochmal drüber reden. Aber das würde ich sagen, High-End-Boost, vor allem generell Boost statt Cut, also dass man viel zu viel boostet, weil das zeige ich auch immer. Wir haben ja auch 1-zu-1-Seminare und so. Und jetzt diese Mixing-Schule online, wo wir dann, oder wo ich dann immer predige, ihr müsst einfach, also ihr hört doch den Unterschied, wenn ich jetzt das hier rausziehe, klingt es direkt viel heller, viel klarer, viel angenehmer, als wenn ich irgendwie versuche, das, was untenrum das High-End maskiert, auch zu boosten, anstatt dass ich das einfach ein bisschen behandle. Und solche Sachen? Reverb auf jeden Fall. Zu viel Reverb ist auf jeden Fall so eine Sache, die man oft hat, gerade bei... Gerade auf Main-Vocals auch. Gerade auf Main-Vocals und gerade so im Trap-Bereich, wenn es dann auch wieder in dieses Atmosphärische reingeht, dann checkt man so, was Reverb und Delay machen kann und merkt so, okay, geile Effekte so. Und dann ist so gleich die vollkommene Übertreibung. Vor allem auch Delays, die auf dem Main-Vocal laufen, die jetzt nicht irgendwie gesidechained sind oder so, die wirklich die ganze Zeit mitspielen und übelst dazwischen sprechen. Und man checkt es gerade auch am Anfang, ich hatte das auch so, man checkt es gar nicht so richtig, was genau dafür sorgt, dass das jetzt irgendwie so muddy wird alles und auch irgendwie so S-Laute und so nachzischen die ganze Zeit. Man denkt sich, boah, ich hab schon übelst krass die S. Warum höre ich die ganze Zeit irgendwelche Zischlaute, die dann irgendwie im Delay irgendwie noch mit aufgefangen werden, wenn der dann auch nicht acute ist und so weiter, dann solche Geschichten, so übertriebene Effekt-Works, sag ich mal. Ja, das hatte ich auf jeden Fall auch mit Reverb am Anfang, wo ich dann immer Referenz höre, wo ich dann sage, boah, der Song ist so atmosphärisch und dann das Ungeschulte, oh, das kann das halt noch nicht so differenzieren, was da gerade die Atmosphäre macht. Meistens sind es Ad-Libs in einem Relativ, jetzt Travis Scott oder so als Extrembeispiel, oder RIN dann entsprechend mit so einem ganz kurzen Reverb-Plating oder was auch immer das dann ist, der eigentlich gar nicht so lange nachklingt, der halt kurz doll da ist und dann sofort wieder weg. Und auf den Main-Vocals ist es eigentlich sehr, sehr wenig. Im Hintergrund stark gefiltert auch. Reverb-Filtern ist auch so ein Fehler. Also 300 Hertz mindestens alles da unten irgendwie abschneiden und gerne auch obenrum, da bin ich auf jeden Fall auch Fan von. Es sei denn, es ist so dieses ganz trappige hier, Emla ist so ein Extrembeispiel für dieses High-End, falls ihr den kennt. Erinnert mich auf jeden Fall an ein Nemo-Interview, nachdem er, glaube ich, das Album mit Kapo gemacht hat. Und er meinte, zu der Zeit ist da sehr viel drauf gewesen. Und dann kam das Album anscheinend nicht so gut bei seiner Fanbase an und er selber hat dann auch gesagt, ey, das war kein gutes Album von mir, ich war da zu dicht und wir müssen uns jetzt mehr Mühe geben. Da war er dann gerade auf seinem Tupac-Film und meinte, ey, wir können nicht auf alle unsere Tracks so viel Reverb machen, und das ist zu viel, das ist zu viel. Fand ich ganz nice, wie er das damals bei sich auch selber diagnostiziert hatte. Ja, ich kenne das aber auch selber, Mann. Also wenn man halt irgendwie das erste Mal checkt, okay, man kann mit Reverb geile Flächen irgendwie createn und so. Ich habe das dann ganz oft, dass ich in dem Projekt, während ich so dabei bin, wenn ich zwei, drei Stunden vor dem gleichen Projekt sitze, immer denke, ah, ein bisschen mehr geht noch, ein bisschen mehr geht noch. So, und dann hörst du das nächsten Tag an und drehst erst mal die Hälfte vom Reverb wieder raus, weil du gemerkt hast, was du halt völlig übertrieben hast. Also ich glaube, das ist auch so ein Irr-Fatigue- und Gewöhnungsding, dass man irgendwie, so wie man lautere Sachen immer geiler findet als leise so, ich glaube, so findet man auch irgendwie mehr Reverb immer erst mal geiler als weniger, so bis man dann halt irgendwann wieder bis hin distanziert ist. Ja, absolut, das ist auch ein guter Punkt mit der Irr-Fatigue generell. Pausen machen, auch oft nicht gemacht. Ich glaube, das ist auch so eine generelle Misconception, dass irgendwie so professionelle Mixes und professioneller Sound muss lange dauern, muss übelst ausgereift sein. Man muss da zehn Stunden irgendwie an einem Mix und Master sitzen, bis jeder Fader am richtigen Ort sitzt. Und ich glaube, das ist so eine der Sachen, die, finde ich, falsch da nicht sein können. Klar, manchmal braucht ein Projekt lange, aber gerade so mit dem Main-Vocal-Processing oder so, wenn, ich meine, mittlerweile mache ich jetzt nicht mehr so viel für Kunden, aber auch als ich für Kunden gemischt habe und auch für mich selbst so, ich bin da eigentlich, wenn das jetzt keine schreckliche Aufnahme ist, ich meine, je besser die Aufnahme, desto leichter ist es, das ist klar, aber wenn es jetzt keine schreckliche Aufnahme ist, dann bin ich mit dem Main-Vocal-Processing in einer halben Stunde durch so. Höchstens. Und dann mache ich, also genau, höchstens und dann macht man halt eine Pause und hört nochmal drüber und dann kann man sich eigentlich normalerweise schon dem Kreativen widmen, würde ich sagen, und halt gucken, okay, passen die Lautstärken, bla, 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 bla. Aber das ist irgendwie so eine Sache, auch wenn wir irgendwie so mit Leuten reden, die so nicht so wirklich professionell in dem sind, sondern vielleicht zu Hause irgendwie jetzt anfangen, ihre eigenen Tracks zu machen und irgendwie hören, okay, wir machen das jetzt irgendwie professioneller und haben Kunden und so weiter. Und man zeigt denen irgendwie einen Mix, den die übertrieben krass finden. Und dann kommt so die Frage, boah, krass, wie lange hast denn du daran gesessen? Und so in der Erwartung jetzt irgendwie so eine utopisch hohe Zahl zu hören, so okay, ich habe da sieben Stunden in diesen Mix gepackt. Und ich glaube, das ist auf jeden Fall so ein Tipp, den man allen gut mitgeben kann. Es bringt nichts, da irgendwie stundenlang in so ein Projekt reinzupacken. Das macht es eigentlich immer nur noch schlechter. Das ja jeder kennt auch dann. Ja, for real. Voll, voll. Ja, das hatte ich auch das Problem. Ich bin generell jemand im Vergleich zu Elias, der immer viele Sachen dann schnell abschließen will und so. Ich versinke so, auch als ich noch nur produziert habe. Keine Ahnung, ich kann dann acht Stunden produzieren und das fühlt sich an wie zwei. Und das hatte ich beim Mixen dann auch, wo ich dann vier Stunden durchgemischt habe ohne Pause und dann natürlich kurz mal aufgestanden oder so und danach dachte, boah, jetzt habe ich mich wieder zwei Stunden sinnlos verrannt irgendwo. Nach den ersten zwei Stunden war es dann schon wieder vorbei mit den objektiven Ohren. Und das habe ich auf jeden Fall unterschätzt, diese Geschwindigkeit. Oder mit einer, weiß ich nicht, nach so Impulsen zu gehen. Natürlich musst du ja ein Ohr trainieren. Das geht jetzt nicht. Kann man jetzt nicht einem Anfänger sagen, geh nach Bauchgefühl oder so. Aber in so einem EQ, dann kommen halt oft die Fragen, okay, wo setzt du den Low-Cut? Wie viel dB ziehst du raus? Wie ist der Q-Faktor und so? Ich sage, ich kann die Durchschnittswerte nennen, aber es ist so ein Gefühlsding. Der Low-Cut wird halt da gesetzt, kurz mal getestet, wie es sich anhört. Und dann wird zum nächsten, immer weiter, nächster Schritt. Man kann ja immer wieder zurück. Das ist auch gerade viel besser, dann wieder zurückzugehen, wenn man dann bewusst hört, okay, das war zu wenig oder zu viel, was ich da rausgenommen habe. Und nicht hier vor und, also A, B-Vergleich, hier zehnmal, dann hier wieder zwei Herz runter und nochmal. Und dann hörst du halt nach drei Minuten, hörst du es halt einfach nicht mehr. Das ist schon vorbei. Solche Sachen. Also das hat mir auf jeden Fall sehr krass weitergeholfen mit ein bisschen Zug da durchzugehen und nicht immer tausendmal zurückzuhören. Ich glaube trotzdem, dieser Vorher-Nachher-Vergleich ist übelst wichtig. Ja, na klar. Ich hatte auf jeden Fall schon öfter den Moment so, also ich speichere mir dann immer, keine Ahnung, ich arbeite dann eine halbe Stunde an einem Song, speichere mir das dann einmal immer als neue Version und vergleiche das quasi mit der Version von davor. Und ich hatte schon öfter den Moment, dass ich halt dann irgendwie, keine Ahnung, Version 3 schon hatte, dann Version 4 mache, die dann wieder mit der von davor vergleiche. Und davor war es halt einfach geiler. Und irgendwann kommt man halt an diesem Punkt an und dann muss man die Sachen auch einfach, irgendwann ist es auch gut. Das ist ein Problem, was ich auf jeden Fall habe. Und das würde mich auch interessieren, wie ihr damit umgeht, wenn ihr jetzt selber irgendwie Mixes macht. Wie entscheidet ihr, das ist jetzt fertig, das ist jetzt gut genug? Weil man geht ja schon so perfektionistisch dran und man kann ja immer noch ein bisschen was rauskratzen irgendwie. So an welcher Stelle gebt ihr so Projekte auch dann einfach, okay, fertig, abgeben, bumm. Oh, das ist schwierig. Also generell, klar, künstlerisches Dasein beruht irgendwie darauf oder die Weiterentwicklung auf diesem, nicht immer komplett zufrieden zu sein mit seiner Arbeit, damit man da irgendwie weiter Anspruch hat, da noch was rauszuholen. Aber mittlerweile kenne ich das, also es ist eine gute Frage, wie ich das dann feststelle. Also ich gehe dann durch meinen, jetzt beim Edit zum Beispiel, das ist dann relativ leicht, dann geht man durch, alles sitzt, Atmer sind cool, ich höre das einmal durch, mich stört nichts, dann bin ich fertig, das ist relativ leicht zu definieren. Dann geht es los mit dem Vocal Processing, so die Main Chain, also komplett trocken. Da habe ich meine Go-To-Plugins, so meine Chain und da brauche ich dann vielleicht eine Viertelstunde oder so. Durch jedes Plugin, keine Ahnung, ein, zwei Minuten. Manchmal dauert es länger, manchmal geht es schnell, je nach Aufnahme. Und da bin ich auch mittlerweile am Punkt, da gehe ich einfach durch diese Chain, mache jeden einzelnen Schritt als Einzelnes und dann bin ich meistens auch zufrieden. es ist schwer, es ist oft dann das, dass ich dann auch erst im Nachhinein wieder, dann höre ich es mal mit Airpods am nächsten Tag oder so und das ist dann immer, also würde man denselben Song also dreimal mischen und hätte man ihn jedes Mal wieder vergessen, würde man ihn auch dreimal anders mischen, je nach Tagesform, was man davor gehört hat und so. Es ist sehr schwierig, aber ja, der Punkt ist eine gute Frage. Meinst du auch vor allem, also war das jetzt darauf bezogen, wenn du jetzt plug-in-technisch, wenn du sagst, okay, ich habe ein EQ gemacht, wann bin ich damit zufrieden oder wenn du sagst, okay, wann ist das Projekt abgeschlossen, ich schicke es dem Kunden? Bei mir ist es eher das Projekt so. Also wenn ich so, ich habe jetzt auch schon länger nicht mehr wirklich komplett eine Final irgendwie abgegeben so, ich habe da Leute, mit denen ich zusammenarbeite, aber so, wenn ich an die Sachen zurückdenke, die ich komplett selber gemischt habe, ich war nie zufrieden. Also es war immer irgendwie so, okay, dann war die Deadline oder man hat dann auch irgendwann echt keinen Bock mehr auf den scheiß Song so, man hat dann irgendwann ja auch tot gehört so, aber es gibt keinen Mix von mir, wo ich selber sage, der ist 100% da, wo ich ihn haben will. Weißt du, wie ich meine? Also sehr wenige, wo ich das auch jetzt nach, weiß ich nicht, längerer Zeit noch sage. Kurz danach habe ich es jetzt aber öfter, also seit, weiß ich nicht, seit drei, vier Monaten. Ich habe jetzt dann auch nochmal mit Sonarworks angefangen, das hat mir auch nochmal eine Sicherheit gegeben, dass ich sofort aus dem Projekt exportiere, den Master machen kann und den dann rausschicke und eigentlich ziehe mich sicher, wenn das der okay gut ist, ob ich jetzt 100% zufrieden bin, das ist eine andere Sache. Aber ja, das ist wirklich eine schwierige Geschichte. Es ist einfach dann so ein Gefühl irgendwann, wo man sagt, okay, wenn ich da jetzt wieder reingehe, einfach aus der Erfahrung, die ich davor gemacht habe, verrenne ich mich. Ich habe das Gefühl, es ist irgendwie so ein besser wird es nicht Moment. Ja, genau, das ist so dieses, ich bin jetzt an diesem Punkt, ich weiß aus meiner Vergangenheit, dass ich dann da jetzt nochmal reingegangen wäre, zwei Stunden und dann hätte ich mich am Ende übelst geärgert und doch wieder Versionen davor genommen. Und deswegen ist das, glaube ich, so ein Routine-Ding irgendwie auf eine gewisse Art und natürlich auch, was für einen Song, es gibt Songs, die sind einfach, das sind einfach Leute, die gerade angefangen haben, die Performance ist nicht so geil, die Aufnahme, da geht nicht so viel rauszuholen, das ist dann nochmal eine andere Sache, als wenn ich jetzt, keine Ahnung, hier Kramer und Umali, mit denen hatten wir mal eine Session, Kramer kennt ihr vielleicht aus der deutschen TikTok und so Bubble, Kramer, Kramsen, das war dann wieder was anderes, da waren die Aufnahmen übel gut, also der Mix hätte wahrscheinlich zwei Stunden gebraucht, aber das war dann irgendwie wieder so ein anderer Anspruch, wo ich dann auch mit sehr viel Ruhe da rangegangen bin und so, und das dauert dann natürlich länger her, aber, also ich glaube, ich habe es prinzipiell immer so gemacht, ich habe den Song einfach aus, habe den Song aus der DAW exportiert, mir den auf meinen, also ich habe die AirPods Max und die Pros, also diese ganz fetten und die Classics quasi, wenn wir den auf den an, wenn es da gut klingt, ist schon mal geil so, weil am Ende ist es auch so eine Sache, die man, die viele unterschätzen so am Ende oder wo viele vielleicht ein falsches Mindset haben, am Ende mischt man für Consumer Geräte und nicht für deine Mixing-Kopfhörer und dann höre ich es mir so jetzt, seit ich dann Führerschein hatte und ein Auto, habe ich es mir noch in meinem Auto angehört und sonst, wenn das gepasst hat, dann war ich so, okay, wenn ich jetzt den irgendwie so durchhören kann und da nicht aus dem Flow komme, so das hatte ich auch immer so als Artist quasi und gebe ich auch jetzt immer jungen Artists mit, wenn du irgendwie anfängst zu rappen oder Musik zu machen, zu singen, egal was, wenn du irgendwie so mitbumpen kannst und dann nicht einmal so aus dem Rhythmus kommst mit dem Kopf, sag ich mal, wo so ein Hiccup ist und du dir denkst, okay, das war jetzt nicht so geil, so wenn das passt und du irgendwie nicht einen Moment hast, boah, okay, der S-Laut pfeift dir auf einmal übelst krass um die Ohren oder so, wenn ich da einfach einmal clean durchhören kann und quasi aufhöre, auf den Mix zu achten und anfange, das Künstlerische geil zu finden, dann bin ich normalerweise so weit, dass ich es rauschecke quasi. Das ist gut. Also das habe ich auch teilweise, wo ich, das sind dann nicht meine Songs, das sind teilweise auch rein vom Skill, vom Level her echt schlechte Songs, aber die höre ich mir dann tatsächlich zehnmal an, weil ich einfach sage, boah, das ist ein richtig geiles Endprodukt geworden, also von meiner Arbeit, weil ich eigentlich als Produzent sowieso dahin wollte, mich selber in der Musik zu verwirklichen. Das ist natürlich als Mixing Engineer nur zum gewissen Grad möglich, weshalb ich am Anfang auch völlig übertrieben habe mit Effekten. Und da kam dann immer die Revision von Kunden, das raus, das raus, das raus, das raus, welche immer dann hier ein Delay, da ein Schnitt, da ein Break und so, weil ich da so meine Note reinbringen wollte. Und deswegen, glaube ich, merke ich schon so ab der Hälfte vom Mix, oh, das wird irgendwie geil und die Songs höre ich mir dann tatsächlich, auch wenn ich mir sie vier Stunden angehört habe, höre ich sie mir dann auch noch Tage danach an und fühle diese Qualität. Das habe ich schon auf jeden Fall. Aber manchmal merke ich auch schon währenddessen, okay, das wird schwierig, das wird jetzt so ein Ergebnis. Wo wir jetzt schon beim Thema Feedback sind, das ist jetzt mal eure Chance, euren allen Kunden mitzuteilen. Wie möchtet ihr am liebsten Feedback für irgendwelche Mixes beispielsweise haben? Wie sollen die ankommen? Sollen die in einer fünf Minuten Sprachnachricht ankommen? Nein. Wie wünscht ihr euch das am liebsten? Also am liebsten schriftlich über sich, also chronologisch finde ich immer sehr, sehr angenehm. Es gibt viele, die schreiben ihr Feedback beim Hören auf und sortieren das dann nochmal nach. Also da merkt man direkt diesen direkten Bezug. Manchmal ist es zu wirr, dann formulieren die das nicht nochmal nach. Aber also Sprachnachricht zum Beispiel ätzend, weil man dann selber das nochmal, also wenn der Kunde jetzt nach Feierabend oder man ist gerade eben nicht an dem Projekt, das anhört, dann muss man es einmal durchhören und dann weißt du schon, ich werde es jetzt nochmal durchhören müssen, wenn ich dann an die Revision rangehe und das aktiv mache. Oder man schreibt sich direkt die Punkte raus. Genau, ich schreibe mir dann, aber das ist halt so, manchmal ist man nicht dann gerade fähig, das zu machen, aber der Kunde hat vielleicht trotzdem eine Frage oder man will darauf antworten können und erstmal sagen, okay, ja, checke ich dann alles. Das ist schon sehr unangenehm, würde ich sagen, so mit das Unangenehmste und dann ist es so ein bisschen, wenn man sich nicht genug Zeit lässt, auf jeden Fall Zeit lassen, bei dem Feedback und dem, wenn man so aus diesem ersten Impuls direkt raus irgendwie... Aus so einer Emotion und nicht aus einem, also wo das Argument fehlt, sondern das klingt irgendwie komisch. Ich dann sage, und, weil, warum? Sowas ist dann anstrengend, wo man dann einfach begrifflich, also man ist ja, das hatten wir in der SAE auch irgendwie, man ist ja schon 60 Prozent zumindest, was dann diese Feedback- Schleifen so angeht, Psychologe auf eine gewisse Art, beziehungsweise muss diese Bilder deuten oder diese Stimmungen, weil natürlich, ich erwarte nicht, dass jetzt jemand sagt, okay, ja, 400, 500 Hertz, da stört mich noch was, kannst du da mal gucken. So, na klar, sondern das heißt dann irgendwie, das ist irgendwie, was hatte ich denn letztens, das war auch wieder so ein ganz eigenartiges Märchen, wo man dann wirklich ziffern muss, auch so mit Farben und so, was könnte die Person jetzt meinen, aus der Perspektive, das ist dann sehr schwer, aber jetzt zum Beispiel gerade kam ein Auftrag rein, das war noch nicht mal das Feedback, eine PDF, die Punkte waren so einfach general processing, dann war sogar ein Abschnitt, das hatte ich noch nie, was die Spuren bedeuten, wo die hin sollen, was die Benennung bedeutet, was das ist und, also ich habe es mir noch nicht richtig angeguckt und dann kamen noch zeitliche, also chronologische Wünsche oder so stand dann da, wo dann wirklich die Sekundenanzahl, hier Beat Break, der so, 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 da Telefonfilter, hier Echo, auch dann mit Adjektiven auch ein großes Echo oder hier ein kleines oder hier ein Mono oder, das war sehr geil und sowas als Feedback ist natürlich das Beste, wo dann wirklich genau, also das Beste ist eigentlich, wenn der, der oder die Kunde, Kundin weiß, was, was, was gewollt ist und nicht selber noch so im dunklen tappt und so, irgendwie gefällt es mir nicht, aber ich weiß auch gar nicht, was ich eigentlich möchte. Das ist halt so eine schwierige Sache, weil wir gerade, so unsere, unsere ganze Brand beruht ja, wie schon erwähnt, so ein bisschen darauf, dass wir so jungen Künstlern helfen wollen und daran orientiert sich ja auch unsere, unsere Preisrange und so weiter und so fort, also unser Mix & Master kostet ja auch einfach zum Beispiel Flat 120 Euro, das ist jetzt im professionellen Bereich nicht viel, wir könnten bestimmt auch irgendwie 250 dafür nehmen. Für die Qualität, die wir mittlerweile bieten können, auf jeden Fall. Ja, und also man könnte sicher 250, 300 nehmen und da hast du halt einfach andere Kunden, die haben natürlich dann auch, also da ist klar, die, wer 250 Euro für ein Mix ausgibt, so der wird hoffen, also entweder zu viel Geld haben oder hoffentlich wissen, was er möchte, so zumindest ein Stück weit und das ist, glaube ich, eigentlich immer eher das Schwierige, weil du kannst es ja auch niemandem übel nehmen, der jetzt gerade zu Hause anfängt, seine ersten Songs zu machen, die er cool findet und zum Mix & Master mal rausschicken möchte und mal hören, okay, wie klingt das, wenn das jetzt jemand professionell macht, aber eigentlich, du hast eigentlich keine Ahnung von Sound, du hast auch eigentlich noch keine Ahnung, was deine Künstleridentität vom Sound irgendwie angeht und so weiter und so fort und dann ist es natürlich schwierig zu verlangen, zu sagen, ey, schau mal, probier dich mal irgendwie ein bisschen genauer auszudrücken oder dann kommen halt irgendwie Sachen wie in der dritten Version, ey, mach den Reverb mal bitte doch nochmal leiser, mach den doch nochmal lauter, mach bitte einen größeren Hall und so weiter und so fort. Du hattest das alles schon tausendmal gemacht irgendwie und es wird sich quasi immer umentschieden, weil man einfach nicht weiß, wo man eigentlich auch selbst so richtig hin möchte als Künstler vielleicht und deswegen ist glaube ich eigentlich das, das wichtigste, abseits von keine Sprachnachrichten machen, dass man wirklich sich, sich irgendwie mal vielleicht einen Tag oder auch zwei Tage Ruhe lässt, das wirklich hört und in einem Feedback gibt, weil ich glaube, das meiste, was passiert, ist einfach, du kriegst ein initiales Feedback und basically schon, bevor wir anfangen, irgendwie die Revision zu machen, kommen noch drei weitere Nachrichten, so ey, mir ist das noch eingefallen, mir ist das noch eingefallen und wenn man dann schon angefangen hat und dann irgendwie tausendmal nochmal in das Projekt muss, das ist eigentlich das nervigste. Deswegen, ja, würde ich sagen, Zeit lassen ist das Geilste und dann einfach chronologisch Feedback, würde ich so festhalten. Ja, Kommunikation. Du hast noch drei weiteren Kumpels gezeigt und am Ende ist die Demo dann doch das Beste. Mach's bitte so wie die Demo, nur besser. Das hatte ich auch mal, das war ein Kunde, der war komplett zufrieden, war auch schon zweite Version oder so, mega geil und dann kommt drei Tage später, ich habe es mir den Leuten gezeigt, die finden es alle komisch. Ich sage, ja, komisch, okay, du fandst es gut, die finden es komisch und dann geht es wieder los, muss man da wieder sich reindenken, auch dieses Reindenken ist dann manchmal anstrengend, aber also es war jetzt auch noch nie so, wo ich sage, bis auf, dass es einfach ein bisschen anstrengend ist, vom Kopf her sich dann da wieder reinzudenken, auch das Gegenüber zu verstehen, gab es jetzt noch nie Sachen, wo ich sage, okay, das ist, also gab es schon auch diese, das war einer von denen, der dann auch am Ende meinte, das findet der Kacke, der dann irgendwie, also auch sehr Anfängermäßig, so ganz vorsichtig gerappt hat, aber halt Referenzen von Sido, von so einem NWA-Rapper und so geschickt hat und dann da so, also das war diese Erwartungshaltung, so klingen wollte. Ich habe das Beste rausgeholt. Ich war schon echt zufrieden und ich dachte, krass, hätte ich nicht gedacht, dass das überhaupt so klingen kann noch. Und dann kommen da auch dann so Sachen wie, der D-Esser ist mir zu viel und der D, also der hat am Ende geliffelt, das glaubst du gar nicht so und das war immer noch zu scharf. Und ich dachte, was meint der? Und dann meinte der halt einfach, dass wahrscheinlich das nicht richtig, also der meinte was anderes dann im High-End oder das sind dann so Begriffe, die gesagt werden, aber die gar nicht das sind, was gewollt ist. Und da wird es dann wirklich schwierig, wenn man immer weiter in sowas reingeht und irgendwann auch, ist ja so eine persönliche Grenze erreicht, wo man sagt, ich kann das bis zu diesem Grad machen, aber mehr möchte ich auch nicht. Das ist auch mein Anspruch jetzt an die Arbeit, dass man dann auch sagt, okay, klar, ich mache das, was du willst, aber ich mache dich da jetzt nicht zum übelsten Lispler. Solche Sachen, ja. Ja, was ich auch immer so ein bisschen schwierig finde, ist irgendwann die Grenze zu finden. Also das ist halt leider echt und da können die Leute eigentlich nicht mal was für, aber halt Leute, die noch nicht so viel Erfahrung in diesem Audio-Bereich haben, die dann nicht richtig formulieren können, was die wollen und dann sagen die erst, okay, ich will mehr Reverb haben, dann machst du das, dann schickst es wieder zurück, ja, nee, jetzt will ich doch wieder weniger Reverb haben und so. Und bis du dann halt irgendwann bei acht, neun Revisions bist und das nur noch schlimmer wird irgendwie, aber du halt versuchst, es den Leuten recht zu machen, so. An welcher Stelle oder wie kommuniziert ihr auch so, ey, reicht jetzt mal, wir hatten jetzt genug Revisions, glaub mir, das wird nicht mehr besser, so, wie kriegt man das auch irgendwie kommuniziert, ohne Leuten auf die Füße zu treten? Also das hatte ich tatsächlich auch noch nicht so, der Typ hat, wie gesagt, von selber an gesagt, brauchen wir jetzt nicht weitermachen. Aber das ist dann so, also doch, der eine, der war auch super nett, der meinte, okay, es wird irgendwie auch nicht so, aber er hat auch ein bisschen die Schuld bei seinen Aufnahmen gesehen und so. Und dann auch nicht mehr weiter gefragt, ich überlege gerade. Schon sehr selten. Aber das ist wirklich, dass ich dann gesagt habe, okay, das ist jetzt Humbug, hier geht's nicht weiter. Das hatte ich jetzt noch nicht so. Es waren dann eher so Sachen, wo ich dachte, jetzt lasst ihr das nächste Mal Zeit, zum Beispiel. Das war auf jeden Fall so unser erster großer Auftrag, was so Deutschrap angeht, mit Namen, sag ich mal. Und dann kam halt, kam halt immer so Anweisungen wie, ah, der Effekt da ist nicht so geil. Das war dann eine Revision. Und dann kam dann die nächste Revision, da ist noch was nicht so geil. Das heißt, ich bin ins Projekt, eine Sekunde was angeklickt, fünf Minuten exportiert. In den Master, fünf Minuten exportiert. Und dann kamen zwei Stunden später und hier ist noch was. Und das ging halt bis Version 27. Dicke. Am Ende war es cool, weil wir haben gewonnen. Nein, also der hat den, unseren Mix hat der einmal an Volker auch geschickt. Der den Master. Der den Master, also den Mix an Volker geschickt, sodass er den Master hat. Und er wollte uns trotzdem mastern lassen auch. Und er hat tatsächlich dann unseren Master genommen. Das war so der erste, wo ich dachte, okay, wir können mitmischen. Im wahrsten Sinne des Wortes. Was für ein Wortspiel, gell. Schau, gell. Aber bis dahin war es auf jeden Fall ein langer Weg. Ja. Ja, safe. Das ist auch generell irgendwie so eine Sache, wo wir schon mal dabei sind, so an, wenn jetzt junge Engineers oder so zugucken. Viele, ich habe das Gefühl, wirklich viele Rapper, die auf junge Engineers und so weiter zukommen, denken, dass sie da, sage ich mal, nur weil sie, keine Ahnung, jetzt einfach eine coole Referenz sind von der Größe her oder so, da irgendwie mit dir machen können, was sie wollen. Und auch irgendwie preislich und so weiter und so fort. Also ich meine, wir haben ja jetzt den Namen nicht genannt, deswegen ist es eh cool. Aber wir hatten zum Beispiel auch dann das Ding, Noah hatte da wirklich irgendwie 20 Revisionen oder so und da irgendwie drei Tage dann Vollzeit dran gearbeitet. Das war quasi Bereitschaftsdienst für ihn. Ja, also das war, das war schon wirklich heftig. Und damals ging das noch, weil wir halt wirklich am Anfang waren und wir hatten Bock auf die, auf den Song und irgendwie mal mit einem größeren Artist zusammenzuarbeiten so. Und dann war halt so die Frage, weil wir hatten auf unserer, auf unserer Website zwar den festen Preis, aber er hatte jetzt das nicht irgendwie über die Website gebucht oder so. Wir haben da quasi so einen Online-Shop, wo man das theoretisch wirklich direkt buchen kann. Also in der Website haben wir, was weiß ich, haben wir eigentlich drei Revisionen oder so, was wir auch öfter, wir machen dann immer mehr natürlich, keine Frage, aber so irgendwie vertraglich so ein bisschen grenzen. Genau, und also er hatte das nicht über die Website gebucht und dann kam halt irgendwann so diese Preisfrage und wir waren halt so, ja, okay. Natürlich ganz am Ende, ja. Genau, natürlich ganz am Ende. Das ist auch so eine Sache, sowas sollte man eigentlich immer vorher klären. Klassiker, aber er kennt jeder, glaube ich. Voll, voll. Ich meine, überleg mal, ich habe das heute bei TikTok gesehen, wenn du zu McDonald's gehst und dir einen Burger holst, du weißt ja auch, wie viel der Cheeseburger kostet. Das steht ja auch da. Und dann kannst du ja entscheiden, habe ich da jetzt Bock drauf oder hole ich mir den Big Tasty Bacon oder so und bin bereit, zweieinhalb Euro mehr dafür auszugeben. Sobald du dir das aushändigen, bezahlst du halt. Ja, genau. Und dann kam halt so quasi die Preisfrage, das Ding war durch und wir waren halt so, normalerweise hat halt ein Mixmaster bei uns 120 gekostet und das wird er auch gewusst haben. Und wir waren halt so, ja, okay, so drei Tage Vollzeit irgendwie, dann lass uns mal irgendwie wenigstens 350 oder so machen. Und er war so, hä, ja, wie dreist, so, das könnt ihr nicht machen und so weiter. Er wollte uns ja eine Chance geben. Genau, er wollte uns eine Chance geben und so weiter und so fort. So, da war ich auch schon so, ey, also ich hab dann, ich hab mir dann auch mit jemandem, Noah hatte da keine Chance. Ich hab ihn dann, ich hab ihn dann zurückgefrontet quasi und meinte so, der, also irgendwie, da müssen wir mal, also geht halt nicht. Und dann war halt noch das Beste, weil eigentlich wollte er uns halt den, den, nur den Mix machen lassen und der Master sollte zu Volker. Und er hatte dann halt irgendwie so erzählt, ja irgendwie Volker würde da jetzt für den Master irgendwie auch noch irgendwie 250 nehmen oder so. Und ich war so, hä, so wie, du gehst zu ihm hin, zahlst da 250 für den Master und wir sind drei Tage Vollzeit an dem Mix und du möchtest uns nicht mal irgendwie 300 bezahlen oder was. Also das ist so respektlos einfach. Und da muss man auf jeden Fall aufpassen. Ich hab auch schon von anderen Engineers so viele Sachen gehört von wegen, wenn das nicht vorher irgendwie A bezahlt oder geklärt wurde, dass dann einfach nichts kommt mehr und so. Weil man, weil größere Artists sich dann halt denken, ja okay, dann. Was soll er machen? Was soll er halt machen? Und da muss man auf jeden Fall aufpassen und deswegen sind wir jetzt auch mittlerweile, gerade auch bei Studio Sessions ist es schon eher passiert, dass wir, wenn wir das Geld für Studio Sessions vorher genommen haben, dass Leute einfach nicht kommen. So, du hast einfach so einen Tag Studio Session gesperrt und der meint so, ja ich bezahle dann an dem Tag und du sitzt halt da und wir hatten bei uns ist noch so unser Studio so ein bisschen außerhalb von Berlin und wir bieten dann quasi an, dass wir die Leute aus Berlin mit dem Auto, sind es halt nur 20 Minuten, dann quasi mitnehmen und wir standen dann irgendwie eine Stunde auf diesem Parkplatz und haben gewartet. So, der hat einfach nicht mehr geantwortet. Alter, respektlos. Das ist Quatsch. Und am besten, wenn die Session dann irgendwann zustande kommt, dann musst du die Leute selber noch an die Bezahlung erinnern. Ja, ja. Ne, genau und deswegen würde ich einfach wirklich allen raten, die Dienstleistungen und so weiter anbieten, auch wenn das vielleicht dann einem irgendwie auf den Fuß tritt oder so, der sich dann sagt, so ne, hab ich keinen Bock drauf, aber nehmt das Geld halt vorher so, weil am Ende ist man halt dann selbst der Gefickte. Das ist ja auch eine Sache der Kommunikation, also wenn man jetzt sagt, ey, ich mach nichts, wenn ich jetzt die Menge Geld gebe, so, dann hat keiner Bock drauf, aber wenn du jetzt irgendwie das so kommunizierst, dass das, dass du erstmal mehr reinsteckst, so ey, ich hab Bock, so das irgendwie so kombinierst mit dem Geld, so, lass was Geiles draus machen, aber ich brauch so dieses Geld und auch kommunizieren, dass du dann irgendwie noch mehr reinsteckst, beziehungsweise dann, ja, das ist, ja, das ist nicht einfach sagen, ich brauch das Cash, sonst nix, das geht auch nicht. Am Anfang, am Anfang ist die Referenz ja auch viel wert, deswegen haben wir das ja auch gemacht und das war dann auch eine gute Erfahrung, mal so zu testen, wie man dann so Rechnung schreibt und wie man das kommuniziert. Also da muss man natürlich auch gucken, wenn jetzt wirklich ein geiler Künstler kommt, dann würde ich das auch für nix machen am Anfang. Da muss man aufpassen, dass man nicht in so eine, in so ein Image reinrutscht oder so, dann in so einer Bubble, dass man immer so ausgenutzt wird. Ja, es hat auch was mit Professionalität zu tun. Also ich denke mir immer, wenn irgendwelche Leute, die ja auf mich zukommen und mit mir arbeiten wollen, so und wenn die dann schon irgendwie wegen einem Fuffi irgendwo Abfax machen, so ja, also auf welcher Basis sollen wir denn dann jemals irgendwie noch mehr zusammenarbeiten, wie soll man denn da zusammenwachsen, wenn man schon wegen einem Fuffi da irgendwelche, oder lass es 200 Euro sein, so, aber das ist ja alles, eigentlich, wenn man über so langfristige Zusammenarbeiten nachdenkt, sind das ja alles keine Beträge, so und dann denke ich mir halt, ja, Digga, also auf der Basis wird das halt dann jetzt nix, so, dann gehe ich dir jetzt noch einmal auf den Sack mit diesem Fuffi und danach reden wir halt nie wieder so. Ja, ich denke mir dann auch, da sind die Prioritäten dann auch komplett falsch gesetzt. Also wenn du wirklich Qualität auch raushauen möchtest und du möchtest auch die Dienste von einem Engineer noch mit beanspruchen, dann kann man es eigentlich nicht einsehen, da noch hinterher zu laufen. Also du gehst ja auch nicht zum Schreiner oder so oder zum Tischler, lässt den einen guten Tisch machen und fängst dann an, herum zu diskutieren, warum denn dieser Tisch jetzt 200 oder 300 Euro kostet und, also ich glaube, ohne jetzt zu viel Werbung zu machen, aber ich glaube, für solche Rapper wäre dann wirklich auch euer Template-Modell gut angebracht. Dann denkt man sich einfach, okay, dann investiert einfach einen zweistelligen Betrag, dreht ein bisschen selber an den Fadern herum und dann habt ihr da auch euer Produkt dann, auf was ihr Bock habt. Dann sind die Leute plötzlich nämlich selber dann gefragt und müssen sich mit ihren eigenen Vocals auseinandersetzen. viel Spaß. Ja, das ist auch so eine Sache, weil du gerade meinst Professionalität in dem Bereich, das ist das Ding, die Branche ist einfach nicht professionell und das ist das Problem, glaube ich, die Leute rutschen da rein. Real Talk, ja. Die, die das Geld dann haben am Ende, rutschen da rein. Ich meine Management und so, das sind auch meistens Leute, die da irgendwie mal reingerutscht sind und nicht so, ich weiß nicht, das ist einfach die falsche Branche. Ich habe auch, in dir hast du jetzt erzählt, ein Kumpel, der hat jetzt seine Tischlerlehre fertig, Business aufgemacht. Vier Tage Arbeit, sich ausgezahlt, also nach Steuern nach allem, zweieinhalb K. So, Hausverwaltung hat gezahlt, gar kein Thema. Einen Auftrag, vier Wochen, vier Tage gearbeitet. Ja. Entspannt und wir müssen auch, wie du meintest, um jeden Zehner, um jeden Fuffi, Feilchen. Ja, ja. Das ist echt der Wahnsinn. Ja, vor allem kommen dann halt auch Leute irgendwie, die schreiben, also ich meine, bei uns verstehe ich das halt so ein bisschen, weil wir halt auch so ein bisschen, also weil wir aktiv auf Social Media sind und man deswegen so eine Beziehung zu uns irgendwie aufbauen kann, gerade zu Noah so. Und dann kommen halt Leute so auf dieser Bro-Basis an und so dieses, so man denkt sich halt so, ey, am Ende, wir sind halt ein Unternehmen, so klar, wir sind auch irgendwie Personen, also vor allem Noah in dem Fall ist Person des öffentlichen Lebens. Das ist ja geil, das fand ich auch. Und ist auch irgendwie cool, aber dann irgendwie so da so auf, ey, schau mal so, ich bin jetzt irgendwie der ganze einer, der ist auch immer wieder so, da müssen wir auch immer wieder schmunzeln, der hat irgendwie zwei Produkte für 40 Euro bei uns gekauft und dann kam halt irgendwann so, ey Jungs, ich bin doch jetzt Stammkunde bei euch, macht mir mal irgendwie einen geilen Rabatt fertig und so. Und irgendwie so, als ob wir so langjährige Freunde wären und das ist wirklich. Wie so eine Stempelkarte beim Friseur. Ja, ja. Vor allem, weil wir sind ja schon so günstig, wir können das ja auch nur machen, weil die digitalen Produkte parallel laufen mit den Dienstleistungen, dass sie so günstig sind. Aber das verstehen die Leute dann natürlich auch nicht im Kontext. Ja, aber genau, das ist wirklich das ist wirklich heftig, so dieses wie unfassbar wenig Professionalität da ist und gerade wenn wir jetzt auch zum Beispiel, wir machen für Firmen auch so Podcasts, so Podcastaufnahmen, sowohl Video als auch Audio und da, keine Ahnung, wenn die, da sind wir dann drei Stunden oder so, nehmen den halt einen Podcast auf. Kamera mit. Nehmen die Kamera mit und dann bearbeiten wir den Podcast halt noch ein bisschen und da beschwert sich niemand, wenn du halt sagst, für den Drehtag kriege ich halt netto mein Taui so. Oder irgendwie sowas. So die sagen dann halt, ja okay, so das ist uns das wert zu investieren und dann ist das Geld halt am Tag der Rechnung auf dem Konto und Rapper XY, der, keine Ahnung, da funktioniert auf einmal Paypal nicht mehr so. Alles schon gehabt, kann ich die 200 Euro in vier Raten abbezahlen? Ja, ja, wirklich. Wenn es dann passieren würde, wäre ja okay. Am Ende muss man trotzdem noch hinterherlaufen und dann gibt es das Geld natürlich, ja. Ja, dieses Hinterherlaufen ist halt so ein Nicht so wie man sich das vorstellt. So ein Energiefaktor, der ein bisschen Ja, aber da kann ich auf jeden Fall Online-Shops empfehlen so. Das war am Anfang war das noch öfter, als wir das so quasi auf Vertrauensbasis schon angefangen haben und so, aber mittlerweile sagen wir dann halt einfach, ey, wenn du was haben magst, dann hier ist der Link, buch das Produkt darüber und dann kriegst du die Anleitung direkt zugeschickt, kriegst alles, was du wissen musst, wie kriegst, wie schickst du uns die Stems, wie muss das aussehen, bla bla bla. Ja, und wenn du das gebucht hast, dann arbeiten wir und wenn nicht, dann halt nicht. Ich glaube, das ist psychologisch voll der Faktor. Also ich glaube, so dieses, durch dieses Instagram-DMs irgendwie hin und her schreiben, ich glaube, dadurch kommt so ein bisschen dieses Zustande, dass man so denkt, ja, Bro, so dieses und dadurch dann auch irgendwie das Produkt nicht mehr richtig als Produkt wahrnimmt oder so. Und so dieses Online-Shop-Ding kennt halt jeder, weißt du? Da machst du halt deinen Checkout irgendwie mit deinem Paypal und deiner Kreditkarte, das ist ganz klar. Natürlich machst du das so, weißt du, das ist überhaupt keine Frage. Ja. Und ich glaube, das ist auch ein wichtiger psychologischer Faktor. Das ist ein guter Punkt, ja. Um sich da so ein bisschen selber auch professioneller darzustellen, weißt du? Auf Instagram DM ich und schicke Memes meinen Freunden und dann gleichzeitig dieses Geschäftliche ist schwierig. Ja, seht. Eben, genau. Das ist ein anderer Kontext für die Leute. Da gehen wir schon direkt rein in mein Lieblingsthema, da müssen wir auf jeden Fall drüber reden, nämlich eure Content-Strategie. Ich finde das immer super, super spannend und ich finde, ihr seid auch echt ein gutes Beispiel für Leute, die extrem nischigen Content machen. Also euer Zeug ist ja wirklich sehr, sehr nur auf Mixing-Nische und funktioniert aber trotzdem gut und Dinge gehen irgendwie teilweise viral, sag ich mal, für Bubble-Verhältnisse. Was ich auf jeden Fall interessant finde, im Endeffekt ist es ja fast überall der gleiche Content. Also ich habe euch, glaube ich, das erste Mal bei YouTube Shorts gesehen. Ihr seid ja auch auf Instagram und auf TikTok, aber ich glaube, auf TikTok sind die Zahlen am besten, right? TikTok ist der Haupt, also da kommt es als erstes, als wir jetzt diese Zwei-Tage-Strategie hatten, TikTok, dann kam das dann einen Tag später auf Instagram und Shorts. Genau, also wir recyceln eigentlich einfach nur TikTok auf Instagram und YouTube und mittlerweile machen wir jetzt auch einmal die Woche, jeden Mittwoch kommt ein längeres YouTube-Video quasi, auch wirklich nur für YouTube produziert. Das kommt auch, also mittlerweile kann man ja auch längere Videos bei TikTok hochladen, dann recyceln wir quasi das YouTube-Video auf TikTok. Aber prinzipiell machen wir jetzt quasi, seit wir hier in unserem Studio sind und so weiter und irgendwie seitdem wir auf TikTok, also wir haben halt jetzt wirklich seit über einem Jahr jeden zweiten Tag irgendwas auf TikTok gepostet. und unser Anspruch ist da ja auch quasi immer irgendwie wirklich Mehrwert zu bieten und mittlerweile ist es halt wirklich schwierig, so wir haben wirklich zu allem schon irgendein Video und YouTube ist da auf jeden Fall nochmal ein fresherer Start, weil die Leute da auch bereiter sind zuzuhören, so auf TikTok. Wenn es da über eine Minute geht das Video, dann pennen die Leute halt ein und auf YouTube gehst du halt um was zu lernen, eher noch zumindest. Deswegen ist jetzt quasi so ein bisschen mehr mehr Fokus darauf, aber ja genau. Ja, vom Ding her genau die Strategie. Also ja, das war diese alle zwei Tage, das war auch mega geil, das ging ja auch eine Zeit lang. Irgendwann war ich dann einfach auch nicht mehr happy, wo ich sage, okay, was Elias meinte, ich habe diesen Anspruch auch was zu vermitteln, wenn ich jetzt nur noch eine reißerische Hook und dann das nicht mehr wirklich auflöse und es fehlten einfach so die Themen und das habe ich dann, da wollte ich mich, also fand ich mich auch unangenehm dann so zu sehen irgendwie, so die letzten Videos und deswegen haben wir gesagt, okay, wir machen es jetzt alle vier Tage, dann können wir mehr Qualität wieder reinstecken, auch größere Sachen probieren, zum Beispiel diese nachgemischt, hatten wir jetzt so zwei, drei Videos, das wollen wir in Zukunft auch öfter mal machen, das wäre einfach irgendein aktuellen Release, der irgendwas Besonderes hat, probieren nachzumischen mit Wave-Flugins, irgendeinen kleinen Effekt, jetzt letzte war Nemo, Adlib, was jetzt kommt, heute, morgen, davor, ja genau, so Rezi-Sachen oder sowas und auf YouTube dann eben in depth wirklich reingehen, dass die Leute das auch noch viel mehr nachvollziehen können und nicht nur so einen Abriss von irgendwas dann bekommen, um die Ohren geworfen, was man ja auf TikTok dann vielleicht speichert, aber zwei von den 500 gespeicherten Leuten gucken sich das wirklich nochmal an, würde ich sagen, was uns natürlich in dem Moment egal ist für die Reichweite, aber genau, also die Strategie ging natürlich Hand in Hand mit dieser Reichweite, organisch, mit dem Branding, weshalb wir vorher, also als wir angefangen haben, ja noch gar nichts werbungsmäßig verkauft haben in dem Sinne und das hat halt extrem gut funktioniert, wir arbeiten jetzt seit kurzem oder vor allem Elias mit so mit so einem Werbungsexperten, kann ich auch sagen, oder? Weiß ich nicht, den Namen meine ich jetzt. Ja, der heißt Andi, aber das ist, ja Andi, der macht selber auch ein bisschen Social Media und der hat so, der arbeitet auf jeden Fall auch so für größere Firmen in diesem E-Commerce-Bereich, die auch auf TikTok groß sind und auch also richtig groß sind, die dann einiges an Budget haben, was wir ja noch gar nicht haben, wo er dann gesagt hat, was bei euch extrem geil ist, ihr habt, es geht erst um euer Gesicht und euren Namen und dann um das Produkt und nicht andersrum und das ist halt das, was wir jetzt gar nicht so bewusst gemacht haben, es war ja natürlich der Plan Educational Content, also war schon irgendwie bewusst, aber natürlich nicht mit dieser Branding-Strategie an sich dahinter. Ja, es funktioniert halt ganz gut einfach, weil so, wenn man jetzt einfach nur losgeht und Templates verkauft, so wie schon gesagt, ist halt auch ein polarisierendes Produkt, gerade in der Audio-Szene so, und wenn du jetzt einfach nur hergehst und dann halt irgendwelchen Ad-Content-Spamst mit Vorher-Nachher-Kauf mein 20-Euro-Template, so da hat halt niemand Bock drauf, aber so haben wir viel Vertrauen in unsere... Das ist fast schon so eine Art Merge oder so, wo manche ein Template gekauft haben, oh, ich feiere euch so, ich kaufe das andere, wo ich es gar nicht brauche und so, das ist halt irgendwie geil. Genau, so dieser komplette Trust-Faktor kommt halt quasi durch unseren Content und die Leute checken halt, okay, wenn ich dieses Template kaufe, das ist jetzt nicht irgendein Arzt, der damit halt irgendwie ein bisschen E-Commerce machen möchte und sein digitales Produkt verkaufen, sondern so, das ist jemand, der hat Ahnung davon, der schert sich auch nicht darum, Wissen rauszugeben. Also wir haben zum Beispiel auch auf unserem YouTube-Kanal immer wenn wir, also bei den letzten Chains haben wir das so gemacht, wenn wir zum Beispiel eine Rezi-Chain gemacht haben oder so, dann machen wir auch ein YouTube-Video quasi zu, wieso kannst du Vocals im Style von Rezi mischen und da leaken wir auch die komplette Main-Vocal-Chain von dem Template basically. Das sagen wir natürlich nicht, aber genau, wir zeigen die komplette Main-Vocal-Chain. Wir sagen, ihr kriegt das und den Rest, also Ad-Libs, Double-Dubbles zeigen wir ja nicht mit Effekte, aber... Genau, wir sagen dann halt, okay, wenn ihr uns unterstützen wollt und wenn ihr den Rest, so Double-Dubbles und Ad-Libs und Effekte dazu haben wollt, dann könnt ihr euch halt die Chain holen, aber wenn ihr Bock habt, dann baut halt das ganze Ding euch nach und ihr habt 90% des Wertes quasi aus diesem YouTube-Video von unserem Produkt und das ist auch so eine Sache, die, glaube ich, viele vernachlässigen oder wo viele dann so Gate-Keepen wollen und irgendwie ihre Secret-Source behalten und so. Am Ende kommt es eigentlich immer darauf an oder die meisten Kunden und so weiter kommen zu den Leuten, die am meisten Preis geben und am meisten Gratiswissen rausgeben, weil es einfach von Kompetenz zeugt. Gerade heutzutage, wo Internet ist gleich Scam, also als wir angefangen haben, war es unglaublich, was da für Kommentare, so gerade frisch, noch gar nichts, irgendwie direkt Safe-Scam, und denkst, okay, also verstehe ich ja auch, das Internet ist besser, eher nicht zu vertrauen als direkt zu vertrauen, aber gerade deswegen hat das nochmal so gut funktioniert und zusätzlich mit diesen Custom-Chains, mit diesen personalisierten Dingern, war das so ein bisschen der Durchbruch oder dieser erste große Schub, dieses persönliche Produkt plus dieser Educational-Content. Ich glaube, das Mehrwert-Ding wird übelst unterschätzt. Also ich sehe voll oft, also keine Ahnung, ich habe ja auch eine Social-Media-Präsenz, ich weiß nicht, wie oft ihr das habt, so und voll oft fragen mich halt dann auch Leute so, ja, irgendwie, wie kann ich jetzt anfangen, auf Social Media meinen Scheiß zu promoten, aber das ist halt voll oft der erste Gedanke, ich will meinen Scheiß promoten so und dann machen halt, das ist das gleiche wie mit Artists, so, wo der Content selber einfach nicht geiler Content ist, den ich mir gerne angucke, sondern von der ersten Sekunde nur, klick jetzt endlich meinen Spotify-Link, bitte, bitte, klick doch jetzt bitte endlich meinen Spotify-Link, so und ich denke so, so mach doch halt einfach, keine Ahnung, drei, vier Videos, die zu deinem Song, die entertaining sind, die ich mir gerne angucke, dann klicke ich vielleicht sogar freiwillig auf deinen Spotify-Link, so, dann musst du mich nicht mehr battlen und genauso funktioniert es mit diesen E-Commerce-Geschichten auch, ne, ihr habt so viel Mehrwert, Leute gucken sich das an, weil sie dabei was lernen und vielleicht noch ein bisschen entertained sind, so und dann irgendwann haben die die Marke im Kopf, haben das Gesicht von Noah im Kopf, vertrauen dem und dann könnt ihr halt anfangen irgendwie ein Produkt zu sellen, und so. Das war auch Strategie-Teil, überall zu sein, also einfach überall zu sein, TikTok, also alle die Social-Media-Plattformen plus jetzt mittlerweile auch sehr viel Werbung, also die Leute hassen uns wahrscheinlich mittlerweile teilweise, so eine Hassliebe, weil wir die zu spammen, mit diesen Werbeswords. euch ein bisschen zu recherchieren, ich kriege nur noch Werbung. Das Retargeting funktioniert scheinbar, Ja, es war witzig, weil wir waren letztens zum Beispiel, man hat ja, wir haben ja auch quasi zu Corona-Zeit, also zu Corona-Endzeit angefangen quasi damit so ein bisschen und da war ja recht wenig so persönliche Interaktion und so weiter und gerade weil wir halt auch so nischig sind, so Noah wird jetzt nicht auf der Straße angesprochen oder so, oder also zweimal ist es schon passiert, aber also das ist halt sehr selten und deswegen haben wir halt nie so diesen, wirklich, also außer jetzt in Calls oder so mal mit Kunden, haben wir jetzt nie so diesen persönlichen Kontakt, aber wir waren letztens auch an der SAE und haben da so ein Free-Workshop gegeben, weil ein Kumpel von uns da quasi noch arbeitet und das war auch witzig, weil so genau die, das ist ja so genau die Zielgruppe, die Leute, die an der SAE anfangen so basically und die, die da drin saßen, waren auch alle so, Jungs, ich kriege eure Werbung die ganze Zeit, ich sehe euch die ganze Zeit auf TikTok und so und da waren wir auch so, okay, nice, anscheinend so, es kommt an und das ist auch so eine Sache, die glaube ich viele unterschätzen, am Ende, du brauchst nicht irgendwie 20, 30 Millionen Follower oder irgendwie 20, 30.000, um irgendwie vielleicht auch dich selbstständig zu machen und irgendwie dein Business daraus zu starten, so, wir haben insgesamt vielleicht 10.000 Follower über alle Kanäle verteilt und können, können beide davon leben so und das hat überhaupt gar nichts damit zu tun am Ende. 2000 auf TikTok ging es los, wo man sagen kann, okay. Also es war tatsächlich ziemlich witzig, weil ich glaube so bis zu 4.000, 5.000 Followern hat unsere Followerzahl so ziemlich mit unseren monatlichen Einnahmen übereingestimmt so. Das war, also es war, es war wirklich witzig, weil wir waren irgendwie so, okay, wir haben jetzt 2.000 Follower gehittet, wie viel haben wir verdient? 2.000 Euro, so. Und mittlerweile ist es zum Glück entkoppelt davon, aber ich selbst auch dachte irgendwie immer, okay, du brauchst eine riesen Brand, um da irgendwie deine Sachen an Mann zu kriegen und so weiter, aber solange du die Leute halt HIT ist, die sich wirklich dafür interessieren und die da empfänglich für sind, kannst du da, keine Ahnung, wenn du, gerade wenn du jetzt irgendwie hochpreisiger zum Beispiel deine Mixes und Master verkaufen möchtest und du die Qualität auch bieten kannst, zum Beispiel so ein Andrew Mash oder so, ich weiß nicht, ob ihr den auf dem Schirm habt, der, Shoutouts auch an der Stelle, auch guter Junge, der verkauft ja seine, ich glaube der fängt bei 250 Euro oder so an für Mix, Master oder so und der wird halt wahrscheinlich nicht fünf Aufträge am Tag kriegen, der ist ja auch noch ein bisschen kleiner auf TikTok, aber da reicht es halt, wenn der zehn Stammkunden hat über die Zeit und dann auch, gerade wenn du alleine bist, so wir sind halt zu zweit, so wir müssen doppelt so viel verdienen, aber gerade wenn du dann irgendwie alleine bist, wenn du da deine, und du musst ja auch nicht von Anfang an irgendwie da Vollzeit all in gehen, wenn du dann da irgendwie deine tausend Euro nebenbei machst oder so mit deinen drei, vier Stammkunden, das ist schon geil, so, und dafür brauchst du nicht 10.000 Follower, sondern vielleicht nur 1.000, so, und das ist heutzutage nicht mehr so schwer, wenn du wirklich guten Content einfach machst, da haben es Artists auf jeden Fall deutlich schwieriger, gerade wenn du irgendwie so Mix Master-mäßig anfangen möchtest, so, dann mach halt einfach Educational Content, das wird immer geklickt, weil die Leute interessieren sich dafür und am Ende, wenn du es sympathisch rüberbringst und keine Scheiße erzählst, dann gucken sich die Leute das an, weil es einfach, so jeder will Artist werden heute, deswegen, ja, funktioniert sowas eigentlich immer ziemlich gut und irgendwie so, so viele Leute haben Angst und fragen, okay, ich weiß nicht, wie ich damit mein Geld verdienen soll, ich möchte Engineer werden, ich möchte irgendwie dies und das machen, so, wie komme ich an Aufträge, gerade wenn man irgendwie, es gibt ja so diese, diese Cloudtrap Germany-Gruppe, ich weiß nicht, ob wir die kennen, so eine WhatsApp-Gruppe für Artists von dieser Cloudtrap, kenne ich nicht, aber es gibt ja super viele auf Discords, genau so Discords und jeder spammt da rein irgendwie, Zehner für Mix und Master kommt heute noch, so, und da frage ich mich halt so, also wer soll das halt kaufen, erstens, dann kauft es halt jemand für einen Zehner, dann brauchst du halt zehn Kunden am Tag, um irgendwie mal 100 Euro zu planen und ja, es ist viel, man macht es sich irgendwie schwieriger, als es eigentlich ist. Was würdet ihr allgemein sagen, wann wäre ein guter Zeitpunkt, um für seinen Mix allgemein Geld zu nehmen und was ist so die Untergrenze, wenn man jetzt starten würde? Ich finde es super schwierig, weil wir hatten jetzt den Vorteil oder das Privileg, dass wir sagen können, wir sind jetzt ausgebildet von der SAE, auch also jetzt abgesehen vom Zertifikat, was man Leuten hinhalten kann, wo die meisten eher lachen jetzt bei der SAE, wahrscheinlich, aber für einen selber einfach so, weil ich war am Anfang so, da kamen dann so die ersten Dienstleistungen rein, ich war so, ich bin jetzt Mixing Engineer, ich bin jetzt professioneller Mixing Engineer, das war irgendwie so ein komisches, ein komisches Ding und ich glaube, das ist relativ schwierig, weil damals, gut, rückblickend immer schwieriger zu sagen, war ich jetzt auch noch nicht auf dem Level, wo ich 100 Prozent oder sagen wir 90 Prozent der Fälle Kontinuität in meiner Qualität hatte oder so eine Sicherheit. Manche Mixer waren scheiße, manche nicht. Also ich glaube, das ist irgendwie, ist schwierig, wenn man sich ja auch, so da hatten wir auch am Anfang so ein bisschen drüber gequatscht, man ist ja nie so richtig zufrieden irgendwie oder sehr, sehr selten, deswegen ist das generell so, Preisfindung ist immer so eine ganz schwierige Sache, was so Kunst angeht. Feedback einfach, also viel Feedback immer. Also ich zum Beispiel, ich habe angefangen, auf Fiverr meine Mixes zu sellen erst mal, kennen ja auch viele so. Wie schwierig ist der Fiverr-Grind? Weil ich finde, man hat da immer so mega große Konkurrenz, ganz viele, die sich komplett unter Wert verkaufen. Konntest du dir da einen Namen machen? Wie war da der, wie bist du da reingekommen? Also es hat tatsächlich, also es war schon so zu der Zeit, wo halt, war halt auch so Corona und so weiter, da haben halt alle mit E-Commerce angefangen oder beziehungsweise über so Online-Plattformen irgendwie zu probieren, Geld zu verdienen. Ich fand es tatsächlich ziemlich chillig. Ich habe halt auch, glaube ich, für, ich habe für 40 Euro angefangen, ProMix & Master so und ich würde sagen, zu der Zeit war es auch nicht mehr wert. Also ich war da auch selbst quasi noch so genau in der SA-Ausbildung so. Ich fand meine Ergebnisse bei mir schon ziemlich cool, aber sonst war ich auch, ich konnte auf jeden Fall jetzt nicht kontinuierlich professionelle Qualität, egal welche Aufnahme das war, irgendwie bieten so. Wenn die Aufnahmen gut waren, war kein Problem so und wenn es mein Style gehittet hat, dann war es auch kein Problem, aber hätte da jetzt jemand mir eine Rockaufnahme geschickt, so dann hätte ich überhaupt nicht gewusst, wo oben und unten ist. Und genau, da habe ich irgendwie für 40 Euro angefangen und das ist ja auch schon für Fiverr-Verhältnisse schon fast teuer. Wollte ich gerade sagen, ja, ja, das ist schon hochpreisig für Fiverr. Ja, und was da auf jeden Fall funktioniert hat für mich, war, dass die haben so eine Funktion, ich weiß nicht, ich war schon lange nicht mehr auf Fiverr, aber früher hatten die so eine Funktion, wahrscheinlich heute auch immer noch, da kannst du quasi als potenzieller Käufer eine Anzeige dafür erstellen, dass du jemanden suchst, der das und das für dich macht. So, ey, ich suche jemanden, der meinen Rap-Track mischt, so mäßig. Und da habe ich halt einfach krass drauf gecampt und einfach alle Leute sofort angeschrieben. Ich habe halt auch den ganzen Tag zu Hause am Computer gechillt, so, ich habe eh nichts anderes gemacht und habe den Leuten geschrieben, ey, wenn du Bock hast, so, ich mache das Ding dir heute noch fertig, so, dann, dann, und kostet nur irgendwie 30 Euro oder 40, dann kriegt man da eigentlich, wenn du irgendwie halbwegs coole Referenzen vielleicht schon schicken kannst, auf jeden Fall kriegst du da über die Tage so mal ein Angebot oder mal einen Kauf rein. und dann ist es am Ende ja auch nur ein Algorithmus und ein Bewertungsgame. Wenn die dir dann da ihre Bewertung reinknallen und du dann deine fünf Sterne da sammelst, dann kommen auch irgendwann Leute von alleine und, also, ich glaube, gerade am Anfang, wenn du wirklich überhaupt keinen Einstieg in dieses Mixing-Game hast, ist das auf jeden Fall ein ganz guter Weg, auch mit Kunden irgendwie die ersten Berührungen zu machen, weil auf Fiver treiben sich halt wirklich wilde Leute rum und da war ich auch erst mal geschockt mit was für Leuten ich da irgendwie konfrontiert werde und so weiter. Aber am Ende ist es jetzt nichts groß anderes, so überall treiben sich irgendwelche wilden Leute rum und genau solche Begegnungen hat man heute auch, nur kann man damit jetzt halt gut umgehen. Und ich glaube, ich habe, glaube ich, drei, vier Monate Fiver durchgezogen und ich habe in drei, vier Monaten irgendwie so 1300 Euro damit verdient, was für mich damals schon geil war so. Toll. Und vor allem, die Kundenerfahrung ist eigentlich das, was den meisten Wert hat. Aber ja, kann man auf jeden Fall, da muss man schon sehr proaktiv, sage ich mal, auf Kunden zugehen, wenn man einfach nur seinen Gig bei Fiverr reinstellt und irgendwie erwartet, dass da jemand kommt, da wird nie jemand kommen. Das passiert eigentlich nicht. Ja, nochmal zu dieser Preisfrage oder wann man das verlangen kann oder wann man fertig ist, weiß ich nicht, professionell ist, finde ich schwierig, weil ein Problem mit diesen Niedrigpreisen ist, wird so ein bisschen das Verständnis zerschossen für alle, die es wirklich professionell machen. Wenn jemand kommt mit, ich mache sie für einen Zehner, dann ist da auf der anderen Seite eben so ein Rapper, der auch gerade erst rappt und der gibt halt einen Zehner aus und dann denkt der, okay, erstmal ein Mix ist billig und potenziell auch, was da zurückkommt, ist scheiße. Das heißt, wenn dann der Nächste sagt, okay, er nimmt 120 Euro, dann überlegt er sich ja 40, also dann versteht er ja gar nicht, warum sollte ich jetzt für so ein Ergebnis, weil das Verständnis, wenn jemand sagt, er mischt es professionell, dann denkt man erstmal, okay, jeder mischt so, wenn man damit anfängt. Deswegen ist es sehr schwierig, Fiverr ist eigentlich eine coole Sache, um da so ein bisschen ranzukommen, um nicht so, irgendwie alles so zu desillusionieren. Ich weiß auch nicht, weil wenn man sagen kann, okay, ich könnte jetzt 80 Euro oder 100 Euro für einen Mix nehmen, so ganz reflektiert, dann kann man das auch machen. Ich glaube, prinzipiell ist einfach wichtig, dass man sich selbst überlegt. Ich meine, man kann ja nur sehr begrenzt selbst einschätzen, wie gut man ist, würde ich sagen. es ist halt immer, ich meine klar, man kriegt halt Feedback, aber wenn man jetzt anfängt und sich so irgendwie, so irgendwo mal die, irgendwo muss man ja die erste Messlatte irgendwie setzen und man denkt jetzt, okay, ich würde sagen, ich bin schon gut, so, dann muss man sich ja auch überlegen, okay, was für einen Kunden möchte ich jetzt ansprechen und was für Leute möchte ich zusammenarbeiten und wenn man halt sagt, okay, so, ich möchte nur mit professionellen Leuten zusammenarbeiten, ich möchte professionelles Feedback bekommen, ich möchte gute Spuren bekommen, ich möchte Songs bekommen, die wirklich viel gehört werden oder so, gut, dann fange ich halt bei 300 Euro vielleicht an, dann werden wahrscheinlich tendenziell eher Leute kommen, die das halt sich leisten können und wollen, aber wenn du das dann nicht leisten kannst, dann, keine Ahnung, kommt halt nie wieder irgendwer zu dir, das heißt, es ist irgendwie, ich glaube, das kommt sehr, ich glaube, man wächst quasi mit dem Feedback, was man dann wirklich von den Kunden bekommt, was die dann zahlen, weil zum Beispiel, unsere Custom Chains, ein ziemlich gutes Beispiel dafür, weil wir haben mit diesen Custom Chains angefangen und damals, wir hatten zwei Produkte in unserem Shop zu dem Zeitpunkt, die haben beide 20 Euro gekostet und wir haben halt 100 Euro im Monat verdient oder so, also nichts und dann haben wir diese Custom Chains quasi angeboten beziehungsweise haben die kamen auf die Idee, das war auch eigentlich eine Idee aus der Community, die kam gar nicht von uns, die war so, ey, warum bietet ihr sowas nicht personalisiert an und dann waren wir so, ja, okay, safe, geil die Idee, so, warum nicht und dann haben wir überlegt, ja, okay, so, wir finden es schon cool, dass wir jetzt unsere 150 Euro im Monat irgendwie online verdienen, so, fühlt sich schon ganz nice an, so, wie teuer macht man jetzt so diese Custom Chain, weil eigentlich, wenn du die, wenn du wirklich gute Plugins hast und du wirklich gute Aufnahmen hast und du dann diese Custom Chain kriegst, dann hast du eigentlich wirklich einen schon sehr guten Mix einfach in der Pocket, so, wie du schon meintest, so, wir haben ja eigentlich, jeder Engineer hat seine Custom Chains für seine festen Kunden, die er dann halt anpasst, je nach Song, genau, und dann waren wir so, ja, okay, es muss auf jeden Fall schon mal teurer als unsere 20 Euro Chain sein, aber anhand dessen gemessen, was wir verdient haben an diesen 150 Euro oder was es war, wollten wir jetzt auch nicht übertreiben und haben quasi die ersten Custom Chains, die wir verkauft haben, haben wir für 50 Euro eine komplette Custom Chain verkauft, so, was natürlich viel zu wenig ist, wir haben mit 49,99 angefangen und dann kamen halt so die ersten Tage, wo dann halt so sechs Leute am Tag haben das geholt, wir haben auf einmal so 200 Euro am Tag verdient, 300 Euro oder so, waren so, boah, okay, krank, aber dafür war halt auf einmal der Workload viel zu heftig, so, es kam viel zu viel, es war viel zu doll auf einmal und wir waren so, okay, das können wir nicht machen, und das Feedback war auch gut und dann haben wir uns überlegt, okay, wir staffeln das jetzt einfach, irgendwie, jetzt, und jetzt ist es so, eine Main Vocal Chain kostet 70 Euro und dann quasi für Ad-Libs oder Doubles kostet 20 Euro obendrauf und Mix und Master Custom komplett sind 165 Euro, was immer noch sehr günstig ist, aber da springen auf jeden Fall schon mal, also es sind halt keine 50 Euro, und das ist eigentlich ein ganz gutes Beispiel, weil wenn du dann, keine Ahnung, wirklich gute Qualität lieferst zu einem zu kleinen Preis, dann kommen halt zu viele Leute an, so, und das ist erstmal ein gutes Zeichen, so, und erstmal, dann hast du erstmal gecheckt, okay, anscheinend meine Qualität reicht, so, und dann kannst du halt gucken, in welchen Schritten du den Preis irgendwie erhöhst und wo die Leute dann halt noch mitgehen, deswegen haben wir nicht hoch angesetzt und ich glaube, ich würde eher empfehlen, erstmal niedriger anzusetzen natürlich, um zu gucken, weil wenn du erstmal eine hohe Nachfrage auf niedrigen Preis generieren kannst, dann kannst du eigentlich immer ganz gut runterrechnen, wie viele Leute dann irgendwie abspringen, wenn du es erhöhst, so. Ist auch besser als eine schlechte Bewertung auf einen zu hohen Preis, also da kommt nie jemand wieder. Ja. Ja, es ist echt am Ende des Tages, es ist BWL Vorlesung 1, so Angebot und Nachfrage, also, ich kenne das auch selber, früher super billig gearbeitet, irgendwie Beats für ein Swarney und so, Geschichten so, und irgendwann hast du halt auch einfach nicht mehr die Zeit dafür, weißt du, irgendwann sind zu viele Leute und dann musst du halt hochgehen, so und dann werden es halt weniger Leute, so, also, das ist ja wirklich eigentlich im Grunde. Ja, aber genau, so geht es los, dann weißt du eigentlich, dass es losgeht, das ist ja schon mal ganz geil. voll, voll, voll. Ja, und ich glaube, was auch wichtig ist, ist dieses, ähm, Cheap Prices attract cheap clients, das hat mal irgendein E-Commerce-Guru gesagt. Das passt. Ähm, und wenn du halt, also wie du gerade meintest, ne, die Leute, die halt dann für 10 Euro in irgendwelche WhatsApp-Gruppen Mix und Master anbieten, die kriegen wahrscheinlich, oder das ist meine Erfahrung, die allernervigsten Kunden, die Leute, die am wenigsten bezahlen, sind meistens die allernervigsten Leute mit den meisten Änderungswünschen. Ja, genau, genau, die diskutieren dann bei dir auf die 10 Euro noch rum und du hast trotzdem am meisten Kopfschmerzen mit denen, mit Revisions und so, weil die halt überhaupt keine Ahnung vom ganzen Business und von Audio allgemein haben und so. Deswegen, ja, verkauft euch auch nicht zu krass unter Wert, aber auf der anderen Seite habe ich halt auch schon Leute erlebt, die, also ne, ich habe halt mehr mit Beats zu tun, die dann irgendwie anfangen und das erste Mal im Beatstars-Shop aufmachen und irgendwie keine Beats unter 200 Euro verkaufen, wo ich dann mir auch denke, ey, Digga, wenn du null Kunden hast, dann brauchst du nicht so hoch gehen, weil dann hast du null mal 200 Euro, da habe ich doch lieber irgendwie 3 mal 20, so, weißt du, also keine Ahnung. Das ist halt das Coole an digitalen Produkten, was ja so eine normale Lizenz auch ist. Ja. Genau, dass man die einfach mal testen kann, so ein bisschen, musst nicht mehr dafür arbeiten, hast du schon und dann guckst du immer so ein bisschen, was geht. Ja, safe. Ja, ich denke halt auch so, wenn du es einfach nicht schaffst, irgendwie einen Kundenstamm dir aufzubauen auf billigen Preisen, dann brauchst du es halt, also andersrum ist es halt schwierig, so, wenn man es einmal geschafft hat, sich einen Kundenstamm aufzubauen, irgendwie, dann kann man auch mit den Preisen nach und nach hochgehen, wenn die Zeit halt nicht mehr reicht. Das war ja bei uns jetzt wirklich eins zu eins dasselbe so. Ja, ja, es war von Anfang an schon irgendwie klar, also, das hat sich so aufgeteilt, natürlich aufgeteilt, dass ich so diese Sachen mache, Dienstleistungen, also vor allem die Custom Chain auch, ich hatte dann auch die ganzen DAWs, was übrigens ein übertrieben geiler Side-Effekt ist, mit dem ich auch irgendwie noch Geld machen möchte. Ich kann jetzt alle DAWs irgendwie, sehr, also beherrscht fast schon alle DAWs, würde ich sagen, mit der Workload, ja, dass man da dann genau gucken muss, dass man da erstmal sich auch auf was einlässt, also im Vorhinein, weil es schon irgendwie so ein bisschen Puff hat und sagt, okay, ich habe die Zeit so, dass man jetzt nicht wirklich Kunden sagen muss, das dauert jetzt vier Wochen oder so, das ist natürlich auch ein Grund, nicht mehr wiederzukommen, dass man da ein bisschen aufpasst, das hat dann auch so gerade hingehauen, es gab Phasen, wo es echt hart war, wo man dann wirklich einfach die 70-Stunden-Wochen schieben musste, was ja auch geil war irgendwie dann für das Geld, das Erste, gar keine Frage, aber man muss dann gucken, wie man das zukunftsfähig macht und da sind wir jetzt auch dabei, also diese 120-Euro-Mix und Custom Chains, die sind mittlerweile auch schon, ist langsam outdated, der Preis auch weiter. also wir haben jetzt diese School-Geschichte, wo wir diesen Mixing-Führerschein da anbieten und da also rein aus Branding-Sicht, so was so meine Idee ist zumindest, dass ich sage, okay, unser Image, unsere Marke steht für Leuten, Musik zugänglich zu machen, die gerade anfangen, das ist so, das ist unser Ding, da können wir jetzt nicht weg und einfach sagen, wir machen jetzt 300 Euro nur noch Mixed Master und verkaufen diese Presets, so das ist irgendwie nicht geil und deswegen dachte, oder ist mein Gedanke, wir machen jetzt diese School-Geschichte, das kostet sehr wenig, da können die Leute mixen lernen, mit uns zusammen und parallel dazu kann man die Dienstleistung einfach ein bisschen erhöhen und man hat natürlich noch den Social-Media-Kurz-Content. Der Mixing-Führerschein hört sich sehr spannend an, wie ist das dann aufgebaut? Gibt es am Ende dann auch eine Prüfung? Darf ich da nur 10 Fehlerpunkte haben? In maximal drei Fragen, die ich falsch beantwortet habe, 0,5 Promille? Ja, genau. Muss ich davor so eine Software, gibt es eine App, mit der ich dann ganz viel lernen kann? Gibt es nochmal so eine praktische Fahrt? Muss ich so 18 Fahr-Mixingsstunden mit euch absolviert haben? Wie ist das Ganze aufgebaut? Genau, genau. Also basically, stimmt schon 90 Prozent von dem, was du oder was ihr meintet. Es gibt quasi wirklich eine feste Anzahl an Theorie- und Praxissachen, die man abschließen muss. Also quasi die Metapher ist schon so weit es geht übernommen. Es soll schon wirklich so sein. Meine Idee daher, also für diesen Mixing-Führerschein kam auch wirklich genau daher, weil ich habe letztes Jahr meinen Führerschein gemacht und da war es so, vorletztes habe ich angefangen und da war es so, dass ich quasi mir online aussuchen konnte. Das war so eine größere Fahrschule in Berlin und die hatten so verschiedene Ableger quasi. Und ich konnte je nachdem, man muss ja so zwölf verschiedene Module sich reinziehen an Theorie und je nachdem welches Modul konnte ich mir einfach online bei diesen Fahrschulen angucken, ohne da jetzt irgendwie hingehen zu müssen oder so. Ich konnte mir einfach aussuchen, okay, die Fahrschule in Neukölln hat Modul 6 am Mittwoch und am Donnerstag ist Modul 7 in Pankow oder so. Und dann konnte ich mir da so diese Sachen zusammenfarmen und da kam quasi so ein bisschen die Idee dafür. Ich fand es eigentlich ganz cool, dass man das so ein bisschen modular hat und das so entkoppelt ist voneinander. Man muss jetzt nicht 1, 2, 3, 4, 5 irgendwie die Module hintereinander abwarten bei einer Schule, sondern konnte sich so die Module selbst zusammen gucken. Und vom Ding her funktioniert das Ganze so, dass wir, das geht drei Monate, also man muss auf jeden Fall drei Monate dabei sein, um überhaupt alle Sachen sehen zu können. Und dann funktioniert es grundsätzlich so, dass Dienstag und Donnerstag sind immer, ist immer ein Live-Call über anderthalb Stunden mit Noah. Ich werde wahrscheinlich ein, zwei Grundlagenkurse machen und wir haben quasi dieses ganze Vocal, also es ist erstmal nur Vocal-Mixing und das gesamte Konstrukt ist in drei verschiedene Überkategorien aufgeteilt in Grundlagen, Editing und Mixing. Und Grundlagen sind dann halt so Sachen wie Hardware-Grundlagen, Software und Recording, dass man so wirklich diese ganz Basics, dein Editing ist klar und so weiter und so fort. Und jeden Dienstag ist quasi immer eine Grundlagen oder eine Editing-Session und Donnerstag ist immer eine Mixing-Session, da hat man quasi diesen festen Ablauf drin. Und dann geht es quasi immer wirklich nur bei den Mixing-Sachen um genau ein Tool, so entkoppelt von allem wie möglich. Zum Beispiel am Donnerstag hat man einen anderthalb Stunden Live-Call nur zum Equalizer oder nur zum Multiband oder nur zum Kompressor, was auch immer. Nach jedem Live-Call, außer bei den ganz krassen Grundlagen-Sachen, aber nach jedem Mixing-Live-Call, kriegst du quasi dann eine Praxis-Aufgabe. Das ist so ein bisschen inspiriert von dem, wie wir auch an der SAE-Mission gelernt haben. Teilweise, das war ein bisschen komplexer, da haben wir quasi einfach ein Riesenprojekt gekriegt, sowohl Instrumental als auch Vocals, einmal in Roh und einmal in Fertig gemischt und wir mussten es probieren, eins zu eins nachzumischen, nur mit Stock-Plugins. Das war schon eine ganz schön wuchtige Aufgabe. Erst war es nur Panning, erst Fader und Panning und so, aber es war halt immer das komplette Ding. Genau, also halt wirklich für Drums, für jegliche Instrumente, für alles, das war schon ganz schön krass. Und bei uns funktioniert es ähnlich, nur ein bisschen fokussierter. Man kriegt da dann zum Beispiel nach der EQ-Vorlesung einfach drei, vier verschiedene Vocal-Stamps, die einmal von uns EQ-t worden sind und du musst sie quasi nur mit dem EQ einmal reingehen und gucken, okay, was kann ich wirklich nur mit diesem Tool rausholen, was macht das aus und so weiter und so fort. Und so gibt es dann quasi passend zu jedem, zu jeder Vorlesung eine Praxis-Aufgabe. Zu manchen Sachen machen wir dann irgendwie Quizzes oder sowas. Und wenn man alle Module abgeschlossen hat, dann theoretisch nach drei Monaten, gibt es eine Endprüfung. Da ist dann quasi wirklich einmal der Gesamtkontext, weil theoretisch, was so ein bisschen die Komplikation an diesem ganzen System war oder ist, ist ja, wenn du jetzt am Anfang reinkommst und von Anfang an startest, dann hast du es ja theoretisch chronologisch und du verstehst den ganzen Zusammenhang. Wenn du jetzt aber im zweiten Monat reinkommst, dann muss es ja trotzdem funktionieren, dass du reinkommst und du fühlst dich irgendwie mitgenommen. Deswegen müssen quasi jede Vorlesung entkoppelt von allem funktionieren. Und um das Ganze aber irgendwie wieder in einem Kontext zusammenzuführen, weil es ist ja auch wichtig, das irgendwie im Kontext zueinander zu verstehen, gibt es dann diese Endprüfung. Da setze ich dann quasi nur einmal wirklich länger hin, so zweieinhalb bis drei Stunden. Mal schauen, wie lange es geht. Wir hatten bis jetzt quasi noch keine, weil wir jetzt erst angefangen haben mit dem ganzen Ding. Aber setze ich quasi einmal hin und mache einen kompletten Song im Gesamtpaket fertig, live mit Rückfragen und so weiter und so fort. Aber geht dann halt nicht mehr so krass in Detail auf den EQ oder so ein, sondern das ist dann quasi schon vorausgesetzt, dass man das gecheckt hat. Es geht quasi wirklich nur noch um die Zusammenhänge und um kreative Arbeit und wie polish ich wirklich den Song. Und am Ende ist dann quasi die dicke Praxisprüfung, die dann auch benotet wird von uns, basically. Dass man einmal so ein ganzes Ding so nachmischt und auf das Niveau bringen muss, wie wir es dann in dem Beispiel gemacht haben. Und genau das ist so das Grundkonstrukt. Und um darüber hinaus so ein bisschen Mehrwert zu schaffen, gibt es jeden Monat einmal eine dicke Feedback-Session, wo alle Leute, die mitmachen, wirklich live Feedback von uns bekommen zu ihren Songs, ganz detailliert. Wir laden Leute aus der Industrie ein, um einfach mal so Gastvorlesungen quasi zu machen. Irgendwie jetzt Beatproduzenten, Artists, irgendwie Leute, die vielleicht auch irgendwie Websites bauen und so weiter und so fort. Genau, wenn ihr Bock habt drauf habt, wäre auch cool. Ja, gerne. Und genau, die dann quasi so ein bisschen über sich reden können und irgendwie so ein bisschen anderen Einblick geben, auch wie ist es vielleicht, sich selbstständig zu machen, wie ist es jetzt aus Artists Perspektive zum Beispiel, wie möchte ich von einem Mixing Engineer behandelt werden und solche Geschichten. Sowas gibt es immer noch. Und dann bieten wir einen kompletten Videokurs im Monat noch an, der quasi so ein bisschen so auch noch nebenbei Mehrwert bietet. Zum Beispiel haben wir jetzt einen kompletten Videokurs dazu gemacht. Wie kommuniziert man mit Kunden? Haben wir jetzt auch viel drüber geredet. Wie organisiere ich meine Ordnerstruktur mit verschiedenen Mix- und Master-Versionen und Revisionen? Wie notiere ich mir Feedback? Wie kommuniziere ich, wie ich Feedback erhalten möchte? So all diese Sachen, die wir besprochen haben, geben wir dann quasi in so Videokursen noch an die Hand. Davon produzieren wir einen im Monat. Genau, das ist quasi so der Inhalt, den wir bieten. Und wir machen das über die Plattform School, mit K wird es geschrieben. Und da kann man, ist quasi auch ein ganz großer Fokus auf der Community. Da gibt es so verschiedene Community-Tubs, das ist so ein bisschen Discord, nur in verständlicher, sage ich mal. Und da können dann nur die Leute, die auch wirklich dedicated da mitmachen und sich da eingetragen haben, miteinander kommunizieren, connecten, Projekte starten, sich gegenseitig Fragen beantworten und man hat so ein bisschen Community-Bildung. Und das Ganze ist auch hinter einem Level-System quasi, das ist so ein bisschen Gamification, weil für jeden Like, den du in deinem Feed quasi sammelst, mit deinen Posten. Oder auch Kommentar schreiben und so, also alles. Genau, mit Likes und Kommentaren, die du kriegst, steigt dein Level. Und wir können quasi entscheiden, diesen Kurs zum Beispiel oder diese Vorlesung oder diesen Feedback-Slot schaltest du dir ab Level 3 oder Level 4 oder 5 frei. Das sorgt natürlich dafür, dass mehr Interaktion in der Community ist, was ziemlich geil ist. Und dass natürlich auch Leute länger an uns gebunden sind, ist natürlich auch ein finanzieller Aspekt am Ende, klar, dass die länger quasi in dem Abo-Ding drin bleiben. Da fällt weniger zahlen, quantitätmäßig. Genau, und dafür zahlen sie weniger, weil dieses ganze School-Ding, diese ganze Fahrschule ist quasi so ein bisschen jetzt die ultimative Weiterentwicklung von dem, was wir davor gemacht haben. Weil jetzt davor haben wir quasi wirklich nur personalisierte Workshops gegeben. Und da hat dann halt ein Workshop, was auch, also ich meine, das ist ein personalisierter Workshop, der vier Stunden geht für 250 Euro, ist auch ultra wenig eigentlich. Aber das ist natürlich für unsere Zielgruppe trotzdem, so 250 Euro hat man nicht einfach mal, im Normalfall zumindest. Und da war immer so ein bisschen unser Ding, so das ist halt, wenig Leute können sich das leisten und wir können es überhaupt nicht skalieren. So, wenn wir ausgebucht sind, sind wir ausgebucht und darüber kommen wir nicht hinaus. Und dieses Fahrschul-Ding zum Beispiel ist immer noch eine sehr personalisierte Erfahrung, weil wir auch mit den Leuten chatten können. Wir haben dann einfach viele Fragen auf einmal in diesen Live-Calls. Und trotzdem können wir das dann halt einfach jetzt aktuell, kostet es 25 Euro im Monat, aber es wird jetzt ab Mai 35 kosten. Für die Neuanmeldung. Genau. Und das ist ja ein Preis, das ist wie ein Netflix-Abo, das kann sich jeder leisten, der es ernst meint, so auf jeden Fall. Und das ist quasi so ein bisschen die Weiterentwicklung davon. Und auf dieser School-Plattform ist alles so geplant, da hat man noch so einen Kalender, okay, wann sind die Calls? Man hat in einem anderen Tab noch die ganzen Videokurse und so weiter. Das ist quasi wirklich alles in dieser einen Plattform gebündelt. Man hat alles da drin. Als App auch auf dem Handy. Gibt es auch als App, genau. Und genau, das ist quasi ein recht komplexes Produkt, sage ich mal. Aber am Ende ist dann quasi so unser Ziel, dass jeder, der das wirklich drei Monate ernst nimmt, wirklich eine Vocal auf jeden Fall mal auf einem halbwegs professionellen Level wirklich gut mischen kann, weil man kriegt halt basically jede Woche mal mindestens eine Hausaufgabe, also eine Hausaufgabe mit verschiedensten Beispielen. Wir geben immer eine Pop, eine Trap, eine Rap und meist noch irgendwie eine Oldschool-Vocal oder irgendwie sowas mit an die Hand, dass man wirklich an vielen verschiedenen... Beschissene Aufnahmen. Genau, auch schlechte Aufnahmen und so weiter, dass man wirklich da auf Sachen vorbereitet wird. Genau, das ist quasi so. Wir sind selber gespannt, wo es hingeht. Hat jetzt im April erst gestartet, also zweite Woche. Ja. Dritte Woche jetzt. Mal sehen. Aber bis jetzt ganz cool. 40 Leute fast sind wir jetzt. Ja. Also ich halte auf jeden Fall sowas persönlich um einiges sinnvoller als so reine Videokurse. Also das finde ich immer ein bisschen lazy, wenn ich das sehe, dass Leute halt dann so eine Masterclass verkaufen und das sind dann halt irgendwie zehn YouTube-Videos im Prinzip. Die doch sofort die Motivation flöten, würde ich sagen, wenn ich mir das vorstelle dazu. Ja, safe. Ne, genau, das war tatsächlich auch, wir hatten so, die eine Idee war natürlich quasi von diesem personalisierten Workshop wegzukommen. Das war der erste super. Aber dann war quasi die erste Idee für uns auch, okay, wir wollen halt so eine Masterclass machen. 50-Stunden-Kurse. So ein Videokurs, der dann halt aber wirklich nicht nur irgendwie an einem Beispiel ist, sondern an mehreren Beispielen und so weiter und so fort, weil ich fand immer so, wenn ich mit, als ich mit Müschen angefangen habe und so auch, wenn ich mir jetzt noch teilweise Tutorials angucke, so du hast immer das Gefühl, das ist gescriptet alles, kriegst du nie so diesen echten Leip. Genau, du hast einfach, du hast nicht diese Aufnahmen, du hast nicht die Aufnahmen, du hast auf einmal irgendwie deine Einstellungen sehen auf einmal ganz anders aus, du kannst es nicht rückfragen. Und du hast direkt, derjenige auch, wenn wir das Video machen, es ist alles entweder eingestellt oder mit Plan, weil es schon mal gemacht wurde und es ist nie dieser Moment, wo du die Gedanken mal nachvollziehen kannst. Du warst bei mir am Anfang, wo ich immer dachte, warum wissen die denn jetzt, was die da machen? Das will ich doch wissen. Genau, safe. Also wir hatten dann diesen Videokurs auch angefangen und so weiter und so fort, aber waren damit auch, also an sich von der Qualität und so weiter zufrieden, aber es ist natürlich nicht das ultimative Produkt, was die Kunden-Experience angeht. Einfach so für einen selbst ist es natürlich geil, wenn sich so ein Ding verkauft, ist halt das beste Leben so, wenn du das Ding für 250 Euro verkaufst und davon 10 am Tag, dann kannst du gut chillen so. Aber am Ende war unser Anspruch auch einfach wirklich für die Kunden irgendwie eine geile personalisierte Erfahrung noch so weit bieten zu können, wie es unsere Zeit irgendwie zulässt. Für und mit auch, weil ich finde das auch cool, diese Educational, ich habe ja auch die Seminare voll gemacht. Ich feiere das auf jeden Fall, Leuten da weiterzubringen. Und es kam auch immer gutes Feedback, dass es gut funktioniert. Ist ja auch immer wichtig, dass das irgendwie rüberkommt oder dass das verständlich an Leute, die auf einem ganz anderen Stand sind, vermitteln kann. Und das scheint zu funktionieren und macht mir Spaß deswegen. Ja, ist auf jeden Fall so ein ganz geiler Kompromiss aus gut für uns skalierbar und funktioniert geldmäßig dann hoffentlich. Also erstmal natürlich dauert es das aufzubauen, weil klar, erstmal von 25 Euro im Monat leben zu können quasi, da brauchst du schon einige Leute, um da irgendwie wirklich gut mit zu verdienen. Aber hinten raus ist es einfach für alle irgendwie eine geile Experience und unser Gedanke war halt so irgendwann, ey, wenn man es mal so groß denkt, irgendwie könnte es ja einfach so ein Ding werden, dass man als junger Engineer oder so einfach sich einmal diesen Mixing-Führerschein bei Template so reinzieht. Das ist einfach so ein Ding, was man halt so macht. Jeder kennt das irgendwie so ein bisschen. Man weiß, okay, das ist günstig, das funktioniert geil, das ist personalisiert. Ich bezahle nicht zu viel und ich kriege geilen Value daraus und habe so schon mal einen geilen Start irgendwie in die Mixing-Welt und wenn dann, keine Ahnung, perspektivisch da 300, 400 Leute drin sind oder so, ist es für uns geil, ist es für die geil. Und dann ist ja auch das Schöne, dieser Community-Aspekt, je mehr Leute drin sind, desto besser wird es eigentlich, weil sich viele Leute das Persönliche geht ein bisschen weg. Viel weiterhelfen kann, genau. Also die Fragestellten-Vorlesung ist dann nicht mehr mit mehreren hundert Leuten, aber dafür eben die Community und wirklich mal was zu starten, einfach Leute zu finden, die auch wirklich mal machen und nicht nur DMs schreiben. Ja. Ey, das klingt sehr gut. Wir drücken euch auf jeden Fall die Daumen, wir kommen gerne vorbei. Ja. Und ja, die ganzen Links, also Link zu eurer Website und zu euren Social Media Auftritten sind auf jeden Fall bei uns in den Shownotes. Ansonsten würde ich sagen, danke, dass ihr euch die Zeit genommen habt. Danke für euer Input. Ich glaube, da war sehr viel drin für die Leute, vor allem für die Leute, die halt irgendwie das Mixing-Ding ein bisschen professioneller angehen wollen. Safe. Könnte ein bisschen freundlich sein. Ich bin gespannt. Ja, Mann. War sehr nice. dann mal zu gucken auch, was dann kommt. Und nächstes Mal genau laden wir euch dann ein. Ja, Mann. Das kann man mal gut machen. Safe. Geil. Hat uns gefreut. Geil. Dann. Schön, dass ihr da wart. Jawohl. Das war's. Das war's. Ciao, ciao. Ciao, ciao. Tschüss. Bye, bye. Tschüss.